Ich bin Manuel Rivera, ich arbeite am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung. Das ist unser deutscher Name, der uns irgendwann gegeben wurde, weil den englischen Namen niemand versteht. Der heißt nämlich Institute for Advanced Sustainability Studies und die Abkürzung ist dann IASS. Falls jemand noch nicht davon gehört hat, das ist in Potsdam und ist ein Institut, was sich bemüht, von Klaus Töpfer gegründet worden, also natürlich nicht nur von ihm alleine. Karl-Eugen Hutmacher ist, glaube ich, im Chat, also das muss man ja sorgfältig formulieren, aber unter anderem auch von ihm war der Gründungsdirektor. Das ist ein Institut, was sich von Anfang an zum Ziel gesetzt hat, Nachhaltigkeitswissenschaft nicht nur so zu betreiben, dass dann am Schluss irgendwelche Politikempfehlungen auf dem Tisch oder in der Schublade oder an noch vergesslicheren Orten liegen, sondern dass man schon in dem Moment, wo man Fragen, wo man in Planungen einsteigt und so und Fragen formuliert, eigentlich in ein Miteinander von Wissenschaft und Gesellschaft versucht zu betreiben. Da sind wir natürlich nicht die einzigen. Aber wir haben diesen Ansatz von transdisziplinärer Wissenschaft, um auch Veränderungsprozesse zu katalysieren, den eigentlich immer so verstanden, dass das auch Brückenbauern heißt zwischen verschiedenen Typen und Gruppen von Akteuren. Und dazu gehören nicht zuletzt deshalb auch Künstlerinnen und Künstler, weil sie oft viel besser als andere verstehen, was es heißt, genau solche Prozesse zu gestalten, vielleicht auch ergebnisvoll offen zu gestalten, Unsicherheiten auszuhalten, Unsicherheiten produktiv zu machen. Und das ist der Grund, warum das ISS auch die Initiative des Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit unterstützt. Die Initiative ist, ich stelle sie gleich vor, Adrian Göhler hat sie schon vor einer ganzen Weile in den Raum gestellt und dieses Konzept entworfen. Sie ist allerdings hat in den letzten, würde ich sagen, anderthalb Jahren nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen, einfach weil ganz viele Menschen sowohl aus der Wissenschaft, und das heißt natürlich auch auf der sogenannten transformativen Wissenschaft, aus der Nachhaltigkeitspolitik, aber eben auch aus verschiedensten Bereichen der Künste zusammengekommen sind und gesagt haben, ja, wir brauchen eigentlich eine ganz andere Art Förderkultur und damit auch Förderstruktur, die es uns ermöglicht, disziplinübergreifend zusammenzukommen, Prozesse anders zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten, andere Produkte vielleicht auch miteinander zu finden und zu erfinden, die uns nicht durch die herkömmlichen Förderlogiken erlaubt werden. Und das ist interessanterweise, und das möchte ich schon vorab noch bemerken, gleichzeitig nochmal dieses Wiederaufleben oder stärkere Aufleben der Idee eines Fan, wie wir ihn abkürzen, zu der Debatte um eine stärkere Klimaneutralität im Kunstbetrieb. Ich glaube, das wird heute auch nochmal Thema sein, aber ich möchte doch darauf hinweisen, dass das eigentlich zwei sehr komplementäre, aber nicht identische Ansätze sind. Also das, was da jetzt diskutiert wird, zum Beispiel das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, was ins Leben gerufen wurde vor anderthalb Jahren, glaube ich. Da geht es natürlich darum, dass die Künstlerinnen und Künstler in ihren jeweiligen Betrieben ihre gute Bürgerpflicht tun, nämlich weniger ressourcenintensiv zu produzieren. Das sollten wir alle tun und damit sollten natürlich auch Künstlerinnen und Künstler sich darüber austauschen, wie das geht. Da könnte man allerdings sagen, das ist gar nicht unbedingt nur kunstspezifisch. Also da geht es teilweise um Dinge, um die geht es in anderen Betrieben auch. Während dafür, was da eigentlich sich verändern muss in der Gesellschaft, tatsächlich Bilder, Worte, Klänge, andere Arten des sich Austauschens zu finden, dafür sind natürlich Künstler in einem ganz bestimmten Sinne kompetent. Und diese Art von Finden von neuen Prozessen, Produkten, Bildern und so weiter, das soll der Fan auch unterstützen. Und das hat mich offen gestanden, das möchte ich auch noch bemerken, sehr irritiert. Ich habe vor einigen Tagen in einem Radio, ich glaube, es war das Kulturradio des RBB, eine Sendung gehört, da hat die Chefin einer bedeutenden deutschen Kulturfördereinrichtung gesagt, sie sei doch jetzt eigentlich damit durch, zu fördern, dass Künstler sich über diese Nachhaltigkeitssachen Gedanken machen und dafür Bilder finden. Die sollten jetzt Regeln bekommen vom Staat und damit meinte sie dann eben die klimaneutrale Wissenschaft, wie das geht, so und das sei jetzt angesagt, das andere sei auch irgendwie gut, aber das sei ihr eigentlich nicht so primär wichtig. Wo natürlich die ästhetische Dimension, die hier in dem Fonds Ästhetik und Nachhaltigkeit angesprochen hat, erst mal so wie in der zweite Reihe delegiert wird, das finden wir eigentlich, dass das so nicht geht. Und darum geht es heute Abend, gleichzeitig wird hier in Berlin sondiert, eine wichtige Partei, die wahrscheinlich auch oder möglicherweise an der nächsten Bundesregierung beteiligt sein wird, nämlich Bündnis 19 die Grünen, hat diese zivilgesellschaftliche Initiative des Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit aufgegriffen und ihrem Wahlprogramm auch angesprochen. Wir möchten natürlich mit dieser Veranstaltung, die wir aufzeichnen und auch nochmal dann ins Internet stellen werden, für die, die heute nicht konnten, wollen wir natürlich auch darauf hinweisen, dass diese Initiative für wichtig befunden wird und bei möglichen Koalitionsverhandlungen nicht unter den Tisch fallen sollte. So, bevor ich jetzt die erste Referentin ankündige, wollte ich noch zwei, drei technische Sachen sagen. Das eine ist, wie gesagt, wir zeichnen auf, das heißt, für diesen Abend, jeder und jede, die etwas sagt, sollte immer in ein Mikrofon sprechen. Hier vorne passiert das ganz von selber, aber wenn man sich hier meldet und herangenommen wird, dann gibt es den David, den ich jetzt gerade nicht sehe, ah, da sitzt er, hallo David, der nachher mit so einer, das wird eine ziemliche Nummer, mit so einer Angel rumgeht und versucht dabei nicht, ihre Gläser umzustoßen, die sie zwischen den Stühlen verteilt haben. Mal sehen, ob ihm das gelingt. Auf jeden Fall, bitte sprechen Sie erst, wenn Sie dieses Mikro vor dem Mund haben, sonst versteht Sie zum Beispiel keiner von den 20 Leuten, die da im Chat noch bei uns sind. Und das andere ist tatsächlich, also wir würden es nachher ins Internet stellen, Sie haben sich damit schon einverstanden erklärt, als Sie da so ein Häkchen gemacht haben bei der Anmeldung, gleichwohl, sollte irgendjemand hier damit Bauchschmerzen haben, aufzutauchen auf Bildern oder so, dann würde ich danach bitten, dass er nochmal einfach oder Sie mich anspricht, dann finden wir dafür bestimmt eine Lösung. Wenn man aber was sagen möchte, was dezidiert nicht für die Posterität bestimmt ist, dann sollte man es vielleicht heute Abend nicht sagen. Also das nochmal dazu und ansonsten ist es mir jetzt eine große Ehre, die erste Referentin vorzustellen, die, glaube ich, für diese Initiative wirklich absolut zentral ist, das ist Adrienne Göhler. Adrienne hatte so viele wichtige Ämter inne und Hochschulen vorgesessen und Senatoren gewesen und den Hauptstadtkulturfonds kuratiert und so, das alles aufzuzählen, ziemlich, ja, also auch irgendwie fast bedrückend wäre, aber sie hat auch, ich wollte zwei Sachen hervorheben, sie hat in den letzten Jahren einige Bücher auch veröffentlicht, darunter ein sehr, sehr, sehr interessantes, wo auch viele Menschen aus Kunst und Wissenschaft zu Worte gekommen sind über die Wünschbarkeit und eigentlich auch die Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens oder wie sie zu sagen, präferiert Grundauskommens und sie hat eine Ausstellung jetzt schon mittlerweile, glaube ich, auch fast zehn Jahre durch die Welt geschickt, ja, wie viel? Elf, seit elf Jahren tourt die durch die Welt zur Nachahmung empfohlen, Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit und ich muss sagen, das war für mich am ESS auch ein schönes Projekt zu ermöglichen, diese Ausstellung auf einer ganz bestimmten Station in Südamerika zu zeigen, weil man dort sehen konnte, wenn man das gut macht, diese Ausstellung hat immer da, wo sie war, neue Kunstwerke, neue Impulse, neue Konzepte aufgenommen und ist eigentlich nicht nur irgendwie eine Ausstellung gewesen in irgendeinem Museum, sondern wirklich ein Ort der Versammlung und der Verständigung über dringende Nachhaltigkeitsthemen in den jeweiligen Regionen und das ist dann in so einem Raum ganz, ganz anders möglich, als wenn man nur miteinander um den Tisch sitzt. Und deshalb ohne weitere Einleitung, Adrienne, du hast das Wort, uns den Fan vorzustellen. Ja, das geht ja schon mal gut los. Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ich habe, danke Manuel für die einleitenden Worte und was ich ganz angenehm finde, wir sind schon so raus aus dem Zeitplan, dass wir jetzt auch so ungeniert miteinander sprechen können. Ich habe vorne als erstes Bild, weil heute der 14. Oktober ist und das ist der Geburtstag von Hannah Arendt und ihr habe ich dann das Wort gleich nochmal gegeben, weil das verbindet mich so sehr mit ihr und den Fan mit ihr. Es geht um die Fähigkeit der Menschen, Neues in die Welt zu rufen. Und das ist gleichzeitig das Key Visual zu der eben erwähnten Ausstellung zur Nachahmung empfohlen, mit der ich eben durch die Welt reise und die auf eine künstlerische Aktion zurückgeht, von Alora Quesadilla, die nach der Kontaminierung einer Halbinsel vor Costa Rica den Verhandlungstisch mit verlassen haben und sind losgezogen ins Offene, ins Freie. Da, wo ich weg möchte mit euch zusammen hoffentlich, ist von einer Förderlandschaft, die gekennzeichnet, ist durch Silo-Denken, die komplett Nachhaltigkeit in der Kunst verhindert, weil die Förderlandschaft Produktionszwang ist. Sie ist kurzatmig. Sie huldigt dem Fetisch des Neuen, dem nie dagewesenen und ich finde das von schrecklichem Infantilismus, in dem wir sozusagen, mit dem wir konfrontiert sind, weil natürlich können wir nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Das übrigens ist für mich die kürzeste Formel, auf die ich gerne Nachhaltigkeit bringen würde. Gottverdammt nochmal, nicht das Rad jeweils neu zu erfinden. Es ist der ungehinderte Ausdruck des Kapitalistischen, höher, schneller, weiter, für die Kunst noch schriller und mehr. Und der ganz große Nachteil ist, dass Arbeiten eigentlich künstlerische Produktion gar nicht reifen kann, weil sie sofort wieder mit einem neuen Antrag, mit etwas ganz Neuem davon abgelöst wird. Das ist für mich Fast Food, das ist Fast Track und es ist ein enormer Verschleiß von künstlerischen wie materiellen Ressourcen. Das ist die wunderbare, stolze, großartige, schöne Ausbeute von relativ unsystematischem Nachfragen bei Menschen. Würdest du das denn irgendwie einsehen, so mit so einem Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit? Und es ist überwältigend, was für eine inhaltlich kluge Resonanz aus diesen jetzt 135, es wird sozusagen täglich nochmal mehr, kurz vor den Koalitionsverhandlungen, vor der Aufnahme. Also ich begreife das ehrlich gesagt heute Abend als eine deutliche, so etwas wie eine Werbeveranstaltung für die Koalitionsverhandlungen. Es sind sehr viele Stimmen eben aus Kunstwissenschaft und aber auch so Mittlerorganisationen, die auch so deutlich spüren, dass sie am Limit sind, dass sie ermattet sind von dem ewigen Antragsstellen und dem ewigen Neu wieder etwas erfinden müssen. Ich habe Stimmstücke zusammengetragen, glaube aber, das kann ich gar nicht. Also ich verweise auf das Internet, auf diese wunderbare Website, die wir haben. Es so durchzulesen, das eröffnet relativ viel Horizont. Und ich habe heute nochmal mit Dr. Kull besprochen, der lange eben Chef der Volkswagen Stiftung war und jetzt Gründungsrektor des NIO Institute in Hamburg ist. Und er sagte, ich habe auf der Zugfahrt das alles nochmal gelesen, dachte, oh, das wird bestimmt langweilig, weil alle dasselbe sagen. Sie sagen eben nicht alle dasselbe, sondern das Wunderbare ist, dass aus so vielen verschiedenen Blickrichtungen es deutlich wird, dass wir einfach dringend eine Veränderung brauchen. Und jetzt gehe ich in diese besagte Ausstellung rein, weil die habe ich eigentlich nur deshalb gemacht, weil ich einen Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit begründen wollte. Das hatte ganz viel damit zu tun, dass im Hauptstadtkulturfonds es so klar war, dass so viele Künstlerinnen eigentlich sich mit den großen Fragen beschäftigen, dass aber die Gelder nicht ausreichten, dass die Zusammenarbeiten nicht belohnt wurden oder gar nicht vorkamen. Und dass das Gesamte, dass auch die Juries, nicht nur die Politik denkt so sehr in Silos, sondern leider auch Juries, die dann sagen, ja, das ist doch gar nicht Kunst, das ist doch Umwelt, oder das ist doch Gesundheit, oder das ist doch Bildung. Also alles wegdelegieren, was irgendwie von der reinen Kunst ablenkt. Und mir war es wichtig, ich habe auch ein neues Konzept sozusagen mit erdacht, was heißt, ich nehme nicht eine einzige Arbeit, die neu extra dafür gemacht wird, für die Ausstellung, sondern die müssen schon existieren, um sie zu rekontextualisieren. Das ist eine Arbeit von einer brasilianischen Künstlerin, die ich eigentlich sozusagen mit allen Schülerinnen der Welt gerne machen würde. Es ist eine einzige Form und aus dieser Form entstehen diese Eisfiguren und sie schmelzen alle individuell. Ich finde keinen poetischeren Ausdruck für das, was gerade unsere Situation kennzeichnet. Das ist mir wichtig, es hat einfach schon lange immer in der Kunst eine solche Beschäftigung gegeben. Im selben Jahr, wo der Club of Rome die Grenzen des Wachstums publiziert hat, hat das Künstler-Duo Gordon-Matter-Clark und Juan Downey den Fresh Card. So konnte man als erstes mal ein bisschen Sauerstoff kriegen. Die ästhetische Nachhaltigkeit versteht sich als gegen Dichotomien und Silos gerichtet, versucht dieses sehr komplizierte Wort oder den Gedanken einer holistischen Perspektive aufzunehmen. Und ich habe mich eines so alten und so ehrwürdigen Ökologen versichert, nämlich Humboldt. Die Natur muss gefühlt werden, wer sie nur sieht und abstrahiert, kann Pflanzen und Tiere zergliedern. Er wird die Natur zu beschreiben wissen, ihr aber selbst ewig fremd sein. Das ist, finde ich, eine wunderbare Aufforderung für ein Zusammengehen zwischen Kunst und Wissenschaft. Ästhetik ist Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis. Finde ich auch eine schöne Zusammenführung. Volke Köberling, auch eine Künstlerin der Ausstellung, hat herausgefunden, dass zu DDR-Zeiten die Schuhe eines Schafes ein halbes Monatsgehalt war. Und seit längerer Zeit wird die Wolle sozusagen, man muss Geld dafür bezahlen, dass man die Wolle irgendwie auf den, nee, nicht auf den Kompost, sondern an die Schuttabladen weiterverwendet, also sie werden nicht weiterverwendet, sondern sie werden einfach entsorgt. Man kann natürlich in der Kunst dabei stehen bleiben, aber was ihr so wichtig war, und ich glaube, das kann man jetzt einfach nicht lesen, das Entscheidende ist, wenn so ein Aufschlag in der Kunst gemacht wird, und jetzt braucht es eben ein langes Projekt, dass man über Boliosevorbeugung, Mittel gegen Rostschutz, es könnten akustische Paneele damit hergestellt werden, es ist wirklich eine große Vitamin-D-Gewinnung durch das Lanolin, das kann man sehr beliebig fast fortsetzen, aber dafür braucht es natürlich wirklich eine größere Gruppe, ein Team, von Menschen, die aus den verschiedenen Zusammenhängen kommen. Dieselbe Künstlerin hat eben auch zusammen mit einer Wissenschaftlerin, die zur Bekämpfung der Wüstenbildung für die Vereinten Nationen arbeitet, haben sie angefangen, Flächen zu entsiedeln, und ich kann euch versichern, es gibt kaum etwas, worauf Leute mehr Bock haben, wirklich Hammer und Meißel in die Hand zu nehmen und Boden, Beton, Asphalt aufzumeißeln. Das ist natürlich eine wunderbare Aktion, die auch sehr dringend zur Nachahmung empfohlen ist. Das ist ein absolut vernachlässigtes Thema, aber es wird immer virulenter. Das ist eine Kooperation zwischen der Künstlerin und dem MIT. Sie weist einfach unmissverständlich darauf hin, durch die Aufnahme von Medikamenten und schlechtem Essen sind wir so etwas wie toxische Entitäten auf zwei Beinen und wenn wir nicht das Grundwasser belasten wollen und die Erde, dann müssen wir uns entgiften, bevor unsere Leichen ins Erdreich kommen. Etwas, was große Diskussionen auslöst in der Ausstellung. Einfach nur eine Ode an den Fan von einer Wissenschaftlerin, die mit mir zusammen am ISS Fellow war und die quasi aus allem solche wunderbaren Gedichte macht. Sie grüßt, sie wäre so wahnsinnig gerne heute dabei. Sie ist Zeitforscherin und sagt, man kann nicht nachhaltig leben, wenn wir nicht einen anderen Begriff auch von Zeit etablieren. Dasselbe hat sich ein argentinischer Künstler Gustavo Romano gewidmet und er hat sozusagen Zeit gekauft und verkauft und gibt so einen wunderbaren Eindruck davon, was wir sozusagen eigentlich mit Zeit machen könnten, wenn wir, er fragt danach, er hat Time-Zeitscheine, was die Leute machen würden, wenn sie eine Sekunde, eine Minute, ein Jahr zur Verfügung hätten. Das ist jetzt das von Manuel schon angesprochene, ein Auszug aus dem grünen Wahlprogramm. Das war die erste wichtige Hürde, die die Fangemeinde genommen hat, nämlich ins Wahlprogramm der Grünen zu kommen und in dieser Verschränkung einen Fonds zu haben, um tatsächlich betriebsökologisch die Institutionen der Kultur umzustellen und gleichzeitig, und das habe ich geheilatet, könnt ihr lesen, oder? Muss ich jetzt nicht. Damit sind auch hybride Modelle der Kooperation zwischen Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Akteurinnen der Zivilgesellschaft gemeint. Also das ist der Kern eigentlich, das Fonds zu sagen, wir müssen einfach das Wissen, was wir haben, aus den unterschiedlichen Blickwinkeln zusammenschmeißen, weil alleine schaffen wir das nicht mehr. So ganz nebenbei haben wir noch so eine kleine Aufgabe zu lösen, diese 17 bescheidenen Ziele und da nur ein Satz zum Grundauskommen, also wie man keine Armut auf der Welt haben möchte und kein Grundauskommen, das ist mir einfach nicht plausibel, deswegen fordere ich es sofort. Es gab eine Umweltgerechtigkeitsstudie in Lima und ich finde es auch wiederum eine außerordentlich poetische Weise, damit umzugehen, weil Lima ist zum Beispiel so ein Ort, wo natürlich alle reichen Bezirke super palmen und es ist eine sehr schöne Natur und man geht aus den reichen Vierteln raus und es ist komplette Wüste. Also werden die Pflanzen dorthin gefahren. Das sind weitere Stimmstücke. Ich freue mich dann auch über so jemanden wie Detlef Ganten, so ein ganz alter Wissenschaftshaudege, der sagt, Kunst, Ästhetik und Wissenschaft sind Geschwisterpaare, die in Träumen, im Forschen, in der Kommunikation untrennbar zusammengehören. Damit wird er wahrscheinlich jetzt in der großen Wissenschafts-Community nicht nur Beifall kriegen. Jetzt klaue ich, Fremde Federn 1, wunderbare Arbeit von Banksy, die ist gerade im Moment ziemlich virulent, ist in Bilbao ausgestellt, ein Kopf von 120 Kilo und die Leute spaltet komplett die Community im Fluss von, ich weiß nicht, wie der Fluss heißt, wollte ich noch nachgucken, in Bilbao. Und auf gar keinen Fall können wir nach dieser Pandemie, die nochmal eine Zunahme der Beschleunigung war, die nochmal dieses Cewa-Wisch-und-Weg gemacht hat, ganz schnell, take action, sofort, mach einen Antrag, muss aber leider alles schon wieder bis vorgestern abgerechnet sein und dann kannst du wieder nochmal einen neuen Antrag vielleicht stellen. Also dieses sich dauernd in Antragswesen zu ergehen, ist einfach etwas Unwürdiges und lässt auch nicht wirklich denken zu. Gegen das alles haben wir jetzt den Fan gerichtet und diese 135 Stimmen sind das Kapital, mit dem wir irgendwie eigentlich wuchern können, weil es eine unfassbar kluge Gemeinde ist und jetzt soll der Fan einfach die bloße Segmentförderung und die Versäulung des Wissens überwinden, einen Möglichkeitsraum herstellen für das Zusammenwirken und da, es liegt so viel Wissen da, es liegt eben auch das lokale Wissen da, was wir verbinden sollten mit wissenschaftlichen und künstlerischen Ansätzen und wir brauchen Zeit, Zeit für ein gemeinsames trans-, inter- und multidisziplinäres Forschen und es soll Projekte ermutigen, er soll Projekte ermutigen, die zu einer anderen Form des Lernens und Handelns beitragen. Jetzt schmeiße ich so ein paar Sachen rein für die Diskussion. Zehn Millionen will ich haben pro Jahr. Zunächst mal auf sechs Jahre, heute sagte Kohl zu mir, nee, nee, es müssen mindestens sieben sein, kann man noch drüber nachdenken und es soll eben gleich ein Monitoring geben, aber was sicherlich nicht aus irgendwie dem Wissenschaftsrat besteht, sondern eben aus KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen, um es zu begleiten und nicht um es zu bewerten. Die KünstlerInnen sollen zum ersten Mal so etwas haben wie ein Auskommen, in dem sie sich orientieren an den wissenschaftlichen Gehältern. Natürlich muss die Jury transdisziplinär sein und nicht wieder entweder das eine oder das andere. und ich halte immer noch daran fest, wenn auch viele Leute sagen, oh Gott, es hat sich nichts geändert, also die Ressorts sind so hermetisch voneinander getrennt, dass wer sagt, ein interdisziplinärer oder transdisziplinärer Fonds muss von Umwelt, Forschung und der Kultur finanziert werden, dass sofort die Frage kommt, und wer hat den Hut auf, wer hat die Federführung. Also es wird sicherlich nicht leicht. Ich glaube aber, es lohnt sich, diesen Kampf mitzuführen, weil er einfach, finde ich, ziemlich wichtig ist, also dass es ressortübergreifend ist. Das kann man nachher nochmal aufrufen. Für mich ist auch wichtig, dass die Kriterien für die Fanförderung mit den zukünftigen NutzerInnen verhandelt wird. Also ich stelle mir so mehrere Runden vor, wo wir rausfinden, was wir eigentlich brauchen. Also was sind die Kriterien für so einen Fonds? Was muss man können oder was muss man nicht können? Oh, das war's. Vielen Dank. Vielen Dank, Adrienne. Also der Modus, wie gesagt, jetzt kommt die Nummer mit der Angel und den Gläsern. Und wer einfach was sagen möchte, meldet sich einfach und dann kommt David Aljoscha da hin. Wenn das keiner tut, ist das auch ganz gut, weil wir sind ja im Zeitverzug, aber ich fände es eigentlich ein bisschen befremdlich. Der Chat ist auch da. Ich gucke ein bisschen zu Theresa Erbach, meiner Kollegin, ob da sich etwas regt. Also entweder du warst so erschlagend überzeugend, Adrienne, dass keiner da was rückfragen will. Aber tatsächlich würde ich sonst nur rückfragen. Ja, wunderbar. Sagen Sie kurz Ihren Namen, wer Sie sind, wenn Sie sich... Ja, ja genau. Wie mache ich das denn hier? Ja, genau. Kann man jetzt? Okay. Also mein Name ist Helge Lindh, ich bin Mitglied des Bundestages, auch wieder, bin in dem Fall nicht für das Wahlprogramm der Grünen verantwortlich, weil ich Mitglied der SPD bin und da auch neben dem Innenausschuss im Kulturausschuss, also auch viel mit Kulturpolitik zu tun, habe und hatte. Und der Bundestag ist also da, er nimmt das zur Kenntnis, nicht nur Wahlprogramme. Und dann wird es ja spannend für, wie gesagt wurde, mögliche Koalitionsverhandlungen. Ich finde die ganzen Forderungen, die formuliert sind, spannend und auch sinnvoll, habe ich in anderer Form auch, auch sozusagen Zugänge, weil wir ja alle leiden an dieser Projektitis und auch Selbstverzwergung von Kulturpolitik und Kultur in dem ganzen Kontext, sozusagen domestiziert durch Förderung. Deshalb ist vieles unbedingt unterstützenswert. Ich finde nur, also ein Ansatzpunkt ist ein Fonds und das ist jetzt kein Argument dagegen. Ich will nur darauf hinweisen, natürlich, wenn wir über Fonds sprechen und auch über Projekte, sind wir noch in der alten Sprache, in der Logik. Anders kann man es auch nicht. Also sozusagen, man muss ja subversiv arbeiten. Ich würde es nur immer verbinden, egal was rauskommt, wenn es jetzt auch gelingt oder in welchem Umfang das gelingen sollte, einen solchen Fonds auf den Weg zu bringen, dass wir auch in der Welt jenseits des Fonds diesen Wandel brauchen. Und das möchte ich mit einem Ausrufungszeichen verstehen. Also es würde am Ende nicht reichen, oder es dürfte nicht unser Ziel sein, zu sagen, wir haben dann so einen Bereich, in dem das nicht gilt, aber nebenan haben wir weiter noch die alten Regeln. Denn die grundsätzlich benannten Punkte, das ist ja wichtig und so verstehe ich auch das Papiertitum, ist ja, dass wir in der Gesamtsystematik, wie wir Kultur fördern, wie wir da denken, wie wir Leute dazu bringen, ein Projekt nach dem anderen hervorzubringen und dass nicht eigentlich die künstlerische Arbeit und das Schärfen gefördert wird, sondern die Kunst Anträge stellen zu können und danach zu funktionieren. Das ist ja ein Kernanliegen, wenn ich es richtig begriffen habe, mit dieser Logik zu brechen, auch mit dieser sozusagen Zeitdisziplin, die auferlegt wird, dem Zwang zur Innovation, der dann wiederum aber nicht wirklich Innovation hervorbringt. Und das müsste dann das auch Ansinnen sein, weil ja manchmal ist politisch passiert, dass man ein wirklich ambitioniertes Projekt hat, dann verortet man das irgendwo und kann dann anderswo wieder so weitermachen. Deshalb ist das Ansinnen sicherlich berechtigt und hochinteressant, so einen Fonds zu machen, aber ich bin da auch für eine Debatte über einen Systembruch in dem Ganzkontext. Also das wäre mein Wutsch auch und sehr unterstützenswert aus meiner Sicht. Dazu sagen, first we take Manhattan, then we take Berlin. Also dann auch noch ein Satz meiner Seite, das ist tatsächlich auch diese, also was das eigentlich heißt, Vorhaben zu fördern, die dann auf Verstetigungen oder auf das überhaupt Ändern von Prozessen auch angelegt sind. Also nicht zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach Projekte, die sind dann mal vier Jahre lang, aber sind eben noch weiter Projekte. Einen der Punkte, den wir glaube ich am intensivsten immer wieder diskutieren, was das genau heißen kann. Ich persönlich finde, auch deshalb sehr wichtig, den Gedanken des Monitorings, um zu sagen, das ist eigentlich auch ein großer Lernmechanismus, wo man sagt, aha, wo hört es denn dann eigentlich auf? Wo ist es denn, wo müsste es weitergehen, kann aber nicht, aus welchen Gründen nicht und daraus dann eigentlich den Fan als ein Lerninstrument zu begreifen, um überhaupt Förderstruktur neuen zu denken. Also quasi den Fan in diesem Sinne tatsächlich als diesen Manhattan anfangen. Ist doch ganz schön. Christa. Ich habe zwei Punkte. Erstmal finde ich die 10 Millionen ja schon fast bescheiden, wenn man die Förderprogramme anschaut. auf die wir uns jetzt in der Wissenschaft bewerben. Da geht es ja dann auch so bei 10, 12 Millionen los, bis natürlich in dem Nachhaltigkeitsbereich, aber natürlich auch andere Größenordnungen und davon ganz viele. Und soweit ich in der Statistik des BMBFs nachgeschaut habe, ist ja ungefähr die Forschung und Innovation bei 3 Prozent des BIPs. Und ich denke mal, man sollte zumindest einen Aufwuchs mitformulieren, wenn man schon so bescheiden ist. Denn das Geld ist sehr schnell aufgebraucht. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn man mit Wissenschaft ja auch, das steht ja auch, da zusammenarbeiten will, wir haben ja zwei sehr unterschiedliche Logiken in der Arbeitsweise und in der Systematik, Politik auch nochmal. Dann haben wir noch das Bildungssystem, da reicht Kunst und Kultur ja auch rein. Dann haben wir möglicherweise die Wirtschaft, die durchaus auch ja sehr stark auch im Kunst- und Kulturbereich möglicherweise auftritt, im Hintergrund mit irgendwelchen Stiftungen. Da ist eben die Frage, wie kriegt man diese Systeme getaktet? Und da würde ich natürlich sagen, innerhalb der Wissenschaft, genauso wie wir überlegen, wie kann denn Politikberatung wissenschaftsbasiert passieren und ausgestattet werden, muss natürlich auch der Freiraum da sein, in wissenschaftlichen Projekten sich überhaupt damit befassen zu können. Das heißt, wir brauchen einen Spiegel dieser Förderung auch in der Wissenschaft, nicht nur und nicht daneben, also nicht wieder die Monumente, aber das möglicherweise quer angelegt durch die Förderprojekte. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen und zwar deswegen auch, weil wir häufig das haben, wir machen auch super Nachhaltigkeitsprojekte, wir haben auch super Ergebnisse und die Förderung auch alles sehr wichtig, aber die Übersetzung sozusagen in Gesellschaft, in Politik und vielleicht auch Wirtschaft, da stagniert es ja manchmal. Da fehlt dann sozusagen erstens das Geld und zweitens in den Ausschreibungen die Formulierungen dazu, das Kommunikation, Transfer und es geht nicht nur um Add-on, sondern um direkt beim Forschungsdesign mitzugestalten und genau diese Sachen mit anzulegen, weil diese iterative Befruchtung ja den Forschungsprozess völlig verärgert, verändern würde und vielleicht auch das künstlerische Entwicklungsvorhaben und diese Iteration fände ich für mich in der Forschung hochinteressant, wahrscheinlich auch total nervig, aber Wissenschaft nervt auch schon mal ganz schön, weil man an vielen Stellen nicht vorankommt und nach Lösungen suchen muss und von daher kann das ja auch sehr gegenseitig befruchtend sein. Das war vielleicht das, was ich da noch gerne anmerken wollte. Okay, wir verdoppeln. Also über die Wissenschaftsseite werden wir ganz bestimmt nachher auch nochmal anlässlich deines Impulsvortrages sprechen, für die, die sie nicht kennen, das ist Christa Liedtke, Leiterin der Abteilung Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren am Wuppertal-Institut. Und ich habe in der Anmoderation vergessen zu sagen, dass wir tatsächlich mit dem Wuppertal, das ISS mit dem Wuppertal-Institut gemeinsam auch vorhat, in den nächsten Monaten sich in einer Reihe von Workshops über diese offenen Fragen oder halbgeklärten Fragen nochmal in größeren Runden Gedanken zu machen. Entweder vis-à-vis einem bereits im Koalitionsvertrag beschlossenen Vorhaben. Sollte das aus unerfindlichen Gründen nicht der Fall sein, dann auch mit dem Ziel, in einem zweiten Anlauf da nochmal über einen anderen Weg an die Verwirklichung ranzukommen. Aber ich hoffe mal, dass wir dann vielleicht schon wirklich auf der politischen Seite Partner haben, die das auch umsetzen wollen und zwar bald. Ich würde jetzt gerne, wenn im Chat nicht sich was Dringendes getan hat, würde ich gerne an Tut mir leid, wir müssen wirklich weitergehen, wir sind ein bisschen, aber es gibt, also wir machen jetzt die Slots nach den Impulsen groß genug. Die nächste Referentin kurz vorstellen, Franziska Pierwos, Künstlerin, Installations-Performance-Künstlerin, hat in Leipzig und Beirut studiert, wohin, wenn ich das richtig gesehen habe, dich auch das ein oder andere Projekt immer mal wieder zurückgeführt hat. Die Spannbreite deiner Intervention ist riesig, das geht von wiederbelebten, ehemaligen, zerstörten Kinos bis hin zu politischem Reality-TV in den USA und natürlich den berühmten Dinner-Performances, über die, glaube ich, auch heute uns etwas erzählen möchtest. Von daher also ganz viel auch ausgestellt, in anderen Städten diese Interventionen auch gemacht. Das reicht von Athen bis zum Museo Universitario Arte Contemporane in Mexiko und, ja, aber auch hier Berlin-based, vielen vielleicht auch hier in Berlin bekannt und ich fand ganz interessant, Franziska gehört natürlich auch zu den Unterstützerinnen des FAN, diese Formulierung, dass sie gesagt hat, das ist eine radikale, könnte eine radikale Bereicherung aller Disziplinen bringen, von der Kunst bis zur Landwirtschaft. Das finde ich, das ist genau der Punkt. Ich gebe dir das Wort, Franziska. Danke für die schöne Einladung, wichtiger Anlass und danke für die Vorstellung, Manuel. Ich bin Künstlerin und Transformationsmanagerin und jetzt greife ich einmal zu dem Gerät hier. Ich werde tatsächlich jetzt erst mal über Arbeiten sprechen aus den letzten Jahren. Da habe ich mich sehr stark mit dem Thema Abfallwirtschaft beschäftigt und habe zusammen mit meiner Kollegin Sandra Teitke sogenannte Dinner Performances entwickelt. Deshalb sieht man hier jetzt gerade auch den Teller und etwas zu essen und zwar folgen diese Projekte immer dem gleichen Prinzip. Wir besuchen eine Stadt und beschäftigen uns dort vor Ort mit der lokalen Abfallwirtschaft, um ganz genau zu sein, mit dem lokalen Hausmüll, also dem Müll, den jeder Einzelne von uns jeden Tag produziert. Wir lokalisieren und interviewen viele Personen, die in dem Bereich arbeiten. Das heißt, die Leute, die wir als Expertinnen verstehen, das ist sowohl der Stadtrat, der irgendwelche neuen Regularien abzeichnet oder unterzeichnet, genauso wie der informelle Müllsammler. Denn niemand kennt den Mülleimer der Stadt so gut wie beispielsweise in Berlin der Flaschensammler. Der kann sehr viel mehr über die Zusammensetzung des Berliner Mülls in den orangenen Tonnen sagen, als jeder digitale Sensor der BSR, die bald eingeführt werden. Und diese Projekte gab es in unterschiedlichen Städten. Hier beispielsweise ist jetzt ein Bild aus Beirut sichtbar. Das funktioniert tatsächlich so, dass ich als Künstlerin meistens in irgendwohin eingeladen werde. Das heißt, ich suche mir die Orte nicht vollkommen selbstständig aus, aber eigentlich versuche ich immer dort zu arbeiten, wo ich zumindest auch sprachlich mich zurechtfinden kann. Denn die Projekte haben immer lange Recherchevorläufe. Das ist jetzt ein Bild aus Beirut. Diese ganzen Expertinnen, die wir in einer mehrmonatigen oder teilweise auch einer Recherche, die bis zu einem Jahr dauert, treffen und sprechen, werden am Ende des Projekts zu einer sogenannten Dinner Performance eingeladen. Das ist im Grunde genommen ein echt schickes Gala-Diné in einem möglichst irgendwie auch schick anmutenden Ort. Hier in Beirut ist das das einzige städtische Museum. Eigentlich geht es uns immer darum, dass wir in diesen Projekten auch wirklich Museen als Orte der Diskussion oder einer möglichst kontroversen Auseinandersetzung nutzen. Und es müssen öffentliche Orte sein. Und das, jetzt komme ich gerade, oder das ist jetzt die größte aktive Müllkippe Europas. Das ist außerhalb von Athen. In Philly liegt diese Müllkippe, die immer jeweils zur nächsten Kommunalwahl nochmal um eine weitere Sparte erweitert wird, damit man dann nochmal mehr Müll entsorgen kann und der nicht gerade vor den Kommunalwahlen dann plötzlich wieder in den Straßen in Athen sich auftürmt. Und Athen hebe ich ja vor, weil da ging es nicht nur um das Thema der Abfallwirtschaft, wo wir wirklich sehr lange Zeit hatten, mit einem sehr guten lokalen Team dieses Thema zu recherchieren und dann auch am Ende die Möglichkeit hatten, die ganzen Expertinnen zusammenzubringen. Die Bilder, die hier gerade im Hintergrund laufen, zeigen, dass wir relativ viel vor Ort Recherche machen. Das heißt, wir fahren mehrmals zum Beispiel die Touren mit dem Müllwagen mit, versuchen nachzuvollziehen, wo, ab welchem Punkt recycelt wird, welche auch informellen Strukturen vorhanden sind. Die gibt es überall auf der Welt, auf Müllkippen. Es gibt immer auch sozusagen neben dem offiziellen Betrieb, den inoffiziellen Betrieb, der aus dem Müll wieder herausfiltert, was noch weiter genutzt werden kann. Das sind, so sieht eine Recyclingstation von innen aus. Und diese ganzen Expertinnen treffen bei dem Abendessen zusammen mit der, oder treffen auf die Stadtgesellschaft. Das heißt, man muss sich vorstellen, das sind ungefähr 50 Prozent Expertinnen und 50 Prozent Gäste, die so ähnlich, wie wenn man ins Theater gehen würde, ein Ticket für diese Performance lösen und dann auch an dem ganzen Essen, mehrgängigen Menü teilnehmen. Wenn man an diesem Essen teilnimmt, weiß man nicht, auf wen man trifft. Und man sowohl, also hier sehen wir jetzt beispielsweise, der Herr mit Brille ist der griechische Umweltminister. Daneben sitzt eine, oder ihm gegenüber mit den roten Haaren sitzt eine Aktivistin, gegen eine, die sich stark macht, gegen die Müllverbrennung in Zementfabriken in Boulos, wo der Athener Müll, der in Athen nicht entsorgt wird, hingefahren wird, durchs halbe Land. Da sitzt ein weiterer Aktivist, der als Taucher vor den Küsten Griechenlands die Müllansammlung dokumentiert. Da sitzt ein Herr, der selber in der Zementindustrie arbeitet und dort die Verbrennungsverfahren zertifiziert. Und eine Dame, die damals zu dem Zeitpunkt, das war kurz vor den Kommunal- und Europawahlen in Griechenland, die dort sehr eine große Rolle gespielt haben, die Syriza-Partei vertritt. Und dann zwei weitere Gäste, die einfach quasi normale Gäste sind. Über den Abend hinweg gibt es eine Diskussion, die angeleitet wird von einer lokalen Fernsehmoderatorin. Und die dann auch dafür sorgt, dass es sowohl Diskussionen an den einzelnen Tischen gibt, aber auch immer wieder eine gemeinsame Diskussion zwischen allen Gästen. Oftmals, also diese Essen haben stattgefunden in Mexiko City, in Beirut, im Libanon und in Athen, in Griechenland. Und je nach der, nein, eigentlich in allen Städten kann man sagen, dass es zu sehr heftigen Auseinandersetzungen kam während des Abends. Das Ganze wird strukturiert durch die Menüfolge, die Menüfolge, die auch immer Bezug nimmt auf die jeweilige Müllsituation oder Abfallsituation vor Ort. Und die, genau, jetzt zum Abschluss zeige ich Ihnen jetzt noch die Fernsehmoderatorin. Die Fernsehmoderatorin, die wirklich immer eingesetzt wird als das absolute Klischee einer weiblichen Fernsehmoderatorin und im engsten Kleid, das sie zu bieten hat, die durch den Abend führt. Am Anfang alle Gäste quasi in eher einer etwas populistischen Form vielleicht irgendwie an das große Thema des Mülls heranführt, aber den ganzen Abend über eigentlich die Recherche, die ich über das Jahr erarbeitet habe, einfließen lässt in Fragen. Und somit steigert sich auch quasi die Diskussion über den gesamten Abend. Ich habe jetzt gerade sehr viele Bilder aus Athen gezeigt, weil während der Arbeit in Athen kam dort von unserem Gastgeber der dortigen Institution eines Tages ein Team auf uns zu, das sogenannte Green Team. Und wir wurden damit begrüßt, dass es hieß, Sie kommen ja aus Deutschland, das ist das Green Team, das kennen Sie bestimmt. Wir machen die CO2-Bilanzierung Ihrer künstlerischen Produktion und wir begleiten Sie jetzt und wir werden uns einmal angucken, wie das mit den Aspekten der Nachhaltigkeit aussieht. Aber damit sind Sie ja vertraut, denn Sie kommen ja aus Deutschland. Daraufhin haben wir auf den Boden geguckt und gesagt, okay, haben wir noch nie erlebt. In der deutschen Kulturlandschaft habe ich das auch mit. Es gibt wirklich sehr wenige Ausnahmen. Die sind tatsächlich meistens weiblich, die das schon länger machen, die sich damit auseinandersetzen. Aber eigentlich ist dieses Thema der praktischen Aspekte der Nachhaltigkeit in der deutschen Kulturlandschaft krass vernachlässigt worden. Das wird jetzt gerade mit einem sozusagen, mit viel Tempo soll das aufgeholt werden. Und das ist eigentlich auch vielleicht so die Überleitung zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Und zwar, dass ich jetzt ab nächster Woche dann vollkommen offiziell, aber jetzt auch schon geprüft, Transformationsmanagerin Kultur mich nennen darf. Und zwar hat das unter anderem sicher auch die Corona-Zeit noch mal mehr hervorgehoben. In diesem ganzen Zeitraum konnte ich künstlerisch kaum tätig sein und habe mich einfach auch nach diesem Zusammentreffen mit dem Green Team in Athen damals doch noch mal verstärkt mit dem Aspekt der eigenen Arbeit auseinandergesetzt und einfach geschaut, was bedeutet das hier eigentlich? Ist es gang und gäbe, dass gerade auch im Kunstbetrieb Podiumsdiskussionen veranstaltet werden zu dem Thema Klimawandel oder irgendwie Klimakrise? Aber inwieweit findet das dann, findet das praktische Umsetzung? Und das heißt, dass ich seit ungefähr jetzt zwei Jahren sehr viele Workshops zu dem Thema gebe, mich viel damit auseinandergesetzt habe, wie die praktische Umsetzung aussehen kann für Institutionen, aber auch für KünstlerInnen und Tools dazu entwickelt habe, mit verschiedenen Partnern, sowohl dem Bundesverband der Freien Darstellenden Künste, das ist dann mehr im Bühnenbereich oder auch in der Klimawerkstatt der Kulturstiftung des Bundes, da immer wieder versucht habe zu gucken, wie kann man dieses Thema auch in die Fragen der Betriebsökologie reintragen, weil ich immer wieder sehe und auch merke, dass man diese Bereiche nicht separat verhandeln kann und dadurch glaube ich einfach auch ganz fest, dass der magische Moment tatsächlich der ist, wo sowohl diese praktischen Fragen, der oftmals so vielleicht ein bisschen trocken anmutenden Betriebsökologie, das kann jetzt sowas sein wie CO2-Bilanzierung oder Zertifikate oder auch einfach mal der erste Workshop für eine Institution, wie man diese Themen angeht, aber dass der magische Moment eigentlich der ist, wo man sowohl diesen praktischen Aspekt wie auch den künstlerischen Aspekt aus einer inhaltlichen, künstlerischen, politischen Konsequenz zusammenbringt und das ist dann eigentlich auch so etwas wie der Fan, wo man die Möglichkeit hat, mit Interdisziplinär zusammenzuarbeiten, die Möglichkeit hat, mit Wissenschaftlern zu kooperieren, genauso wie ich das beispielsweise in diesen Projekten immer tue, mit informellen Müllsammlern und einfach zu gucken, wie man Wissen, praktisches Wissen, Erfahrungswissen austauschen kann in diesem sozusagen weiten Bereich oder was in irgendeiner Form mit dem Thema Nachhaltigkeit assoziiert werden kann. Ich würde genau vielleicht einfach das erstmal so hierbei belassen und dann gerne Fragen beantworten, falls es welche gibt. Danke, Franziska. Bleibt doch vielleicht für diese Runde da auch gleich am Pult stehen, wo ich übrigens sehe, dass da glaube ich noch Adrienzglas steht. Vielleicht können wir das dann, David, beim nächsten Referenten irgendwie ein neues hinstellen. Okay. Ich nehme einfach die Flasche, dann kann ich das hier, weil ich brauche gar nicht mehr. Okay, okay. Und gucke wieder in den Raum und David guckt auch in den Raum und die Angel geht rum. So ist denn, hier hinten gibt es einen Beitrag. Ja, hallo, Christoph Becker vom ISS. Ich würde interessieren, wie diese Tumulte dann quasi praktisch aussehen, die bei den Essen dann über diesen Dinners entstehen und ob das auf irgendeine Art und Weise wieder auch beruhigt werden kann und ob diese Beruhigung auch einem System folgt und selbst vielleicht auch so Elemente von Moderationen beinhaltet, die wiederum auch zu Erkenntnissen führt, die man dann weiterverwerten kann. Also ganz konkret jetzt, weil ich sie auch hier gerade noch im Bild habe, auch wenn sie ein bisschen verschwommen sichtbar ist. Ich habe Ihnen vorhin den einen Tischen so ein bisschen genauer erläutert mit den verschiedenen Personen. Da gab es dann tatsächlich die Situation, dass die eine rothaarige Aktivistin irgendwann von einem Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung so angegangen wurde, dass er aufgesprungen ist, Stühle fielen, er zu dem nächsten Tisch gerannt ist und so weiter und da tatsächlich dann auch gar nicht so viel Einschreiten kam von den Personen, die da sind. Und da ist es dann so, die Moderatorin hat immer so einen Knopf im Ohr, weil die Moderatorin im Grunde genommen meine Stimme ist. Also ich schreibe ihr Skript und ich bin auch quasi die ganze Zeit im Ohr und gebe Regieanweisungen. Und das heißt, in dem Moment habe ich ihr dann wiederum auch Hinweise gegeben, wie sie das dann bitte, wie sie das moderiert oder beziehungsweise, dass wir das nicht viel mit der Situation überlassen, weil das ist auch gerade, glaube ich, der Punkt. Das Ganze ist eine Plattform, wo extrem viel Vorarbeit stattfindet. Aber das, was dann an dem Abend an den Tischen passiert, das wird tatsächlich auch sich selbst überlassen. Das ist sicher auch Teil dieses, das ist manchmal fast wie so ein bisschen Glücksspiel. Das kann, manche Tische können banal sein und manche sind total aktiv. Und da ist dann aber tatsächlich die Moderatorin diejenige, die das, die in dem Moment die Situation managt. Schlussfrage. Also in der sozialwissenschaftlichen Forschung gibt es ja auch forschungsethische Grundsätze, an denen man sich orientieren soll. Also haben diese Personen vielleicht in analoger Weise zu diesen Grundsätzen auch die Möglichkeit, also in diesem künstlerischen Prozess das dann nochmal zu reflektieren und diese Auseinandersetzung, in denen sie selbst Teil waren, dann vielleicht nochmal von im Nachhinein auf einer Filmaufzeichnung oder sowas dem nachzugehen. Also dass für die auch ein Erkenntnisgewinn daraus entsteht und es nicht nur einfach in Rage und Tumult endet. Also die Moderatorin ist ein Aspekt, habe ich schon verstanden, aber gibt es da für dich auch noch Dinge in dem Prozess, die unter künstlerischer Einflussnahme auch stehen und wo du das noch mit sortierst, auch dass die Personen was davon haben und nicht nur du und das Kunstwerk. Es gibt tatsächlich zwei Sachen dazu. Das eine ist, dass es mir, glaube ich, sehr wichtig ist und darauf würde ich auch bestehen und das ist auch die Kraft und die Stärke der Kunst ist ein Raum, der sehr viel Freiheit zulässt und der auch sehr viel Raum für Ambivalenzen bereithält und das ist, glaube ich, auch im Endeffekt der Grund, weshalb ich dann doch nie aufgehört habe, obwohl es oftmals fragt man sich, warum man das eigentlich macht. Und ganz konkret ist es so, es gibt eine Form der Reflexion, aber es gibt die Einladung für alle Leute, die an dem Essen teilgenommen haben, am nächsten Morgen bei einem Kaffee so zwischen elf und zwölf zusammenzutreffen. Das nehmen besonders die Leute wahr, die wir, also ich bin jetzt nicht auf alle Details eingegangen, im Vorfeld zu diesen Essen finden, auch Workshops statt. Es gibt Leute, die sind sozusagen besonders informierte Gäste und die sind so was wie, so eine Art, bilden so eine Form von Oral Archive, also die wirklich dann einfach auch, weil das ist was, man kann das filmen, man kann das auch aufzeichnen mit Audio, das haben wir auch immer alles gemacht, aber das gibt nicht die Situation wieder. Von daher ist eigentlich wirklich dann das Wertvollste sind die Leute, die an den verschiedenen Tischen dabei waren und das miterlebt haben und die treffen sich alle am Tag danach und in den Momenten, wo es möglich ist, das hat dann aber oft auch mal, auch oftmals ganz banal damit etwas zu tun, ob das geht oder nicht, dass man sich auch in größeren Abständen nochmal sieht. In Athen ist das der Fall. Die Leute habe ich ein Jahr später getroffen und werde sie wahrscheinlich auch dann nochmal sehen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch, es gibt jedes Mal Dinge, die aus diesen Essen heraus entstehen. In Beirut beispielsweise gab es die Möglichkeit, für eine Gruppe von Aktivistinnen dann im Anschluss an einer Gruppe der Europäischen Union teilzunehmen, wo es um die ganzen Regularien zur Abschaffung von Plastikmüll gibt, was normalerweise nicht der Fall ist, denn der Libanon ist bekanntlich nicht Teil der EU. Aber diese ganzen Sachen, die auch dann im Nachhinein passieren können oder die Folgen dieser Abendessen, die passieren selbstständig. Das ist nicht Teil der Arbeit. Aber es gibt immer wieder sozusagen Folgen. Ich schaue in den Chat, da gibt es offenbar eine Frage, ist das richtig? Es gibt eine Frage aus dem Chat von Nicole Hohmann, die sich dafür interessiert, ob es möglich war, die Beteiligten an diesem Projekt auch fair zu bezahlen und außerdem interessiert sie sich dafür, woher dieses Essen kam, ob es da auch eine Verbindung zu dem Müll gab, ob das Container das Essen war. Okay. Also grundsätzlich ist es so, die Leute, die zu dem Essen kommen, das sind alles unsere Gäste. Jede Person wird eingeladen, da wird kein Unterschied gemacht zwischen jetzt dem lokalen Publikum oder der Stadtbevölkerung Athens und jetzt irgendeinem Minister, da erhält keine Person ein Honorar, sondern es ist eine Einladung zu einem mehrgängigen Abendessen, die an jedem ausgesprochen wird und die dann entweder wahrgenommen wird oder nicht. Die Personen, die sonst sozusagen im Bereich des Teams, Teil des Teams und der ganzen künstlerischen Produktion sind, die werden alle werden alle im künstlerischen Rahmen richtig bezahlt und honoriert und das, wer auch immer zum Team dazugehört, da kommen wir jetzt, der dazu ist, die sind Köche und Köchinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind auch immer aus der jeweiligen Stadt und das Menü, also um ein Beispiel zu geben, in Beirut, nach der, unser Essen hat zwei Jahre nach der Müllkrise 2015 stattgefunden, da haben wir uns also sehr stark mit den Langzeitfolgen der Müllkrise beschäftigt und mit den Lebensmitteln, die besonders davon betroffen sind. Zwei Beispiele, in Beirut ist der lokale Fisch, hat so hohe, jetzt brauche ich Hilfe, Mercury, nee, Quecksilber, hat so hohe Quecksilberbelastung, dass man den wirklich nicht essen darf. Die Studien dazu, die die unabhängigen Universitäten, privaten Universitäten veröffentlichen, werden immer wieder zurückgehalten und dann haben wir halt lokalen Fisch serviert. Wir erklären das dann auch, also das wird dann auch, wird dann auch genauso gelabelt und wird so auf der Speisekarte dargestellt und auch angekündigt und die Leute können sich immer entscheiden, ob sie das essen oder nicht. Genauso wurden beispielsweise für das traditionelle Tabouleh in Beirut nur die Stängel der Petersilie verwendet, die eigentlich traditionellerweise weggeschmissen werden oder nur in einem billigen Tabouleh sind die Stängel drin, aber die Stängel hatten die höchste Belastung nach der Müllkrise, also haben wir das, haben wir nur die, da haben wir sehr stark mit dieser Belastung der Lebensmittel gearbeitet. Gleichzeitig gab es jetzt in Athen, haben wir uns sehr stark darauf bezogen, was zum Beispiel kommunale, in Athen gibt es kommunale Orangen, wir haben mit den Orangen aus der Stadt sozusagen gearbeitet. Da gibt es immer unterschiedliche Aspekte, sich aber sehr stark mit dem Müllthema zu beschäftigen. Wir haben auch Müllverbrennung, haben wir in Mexiko City thematisiert. Da gab es eigentlich immer wieder irgendwelche Aspekte von Asche oder verschiedener Müllreste im Essen. Ich hätte noch eine Frage, Franziska, die spitze ich jetzt mal so zu. Du hast ja diese Projekte irgendwie schon auch noch gefördert gekriegt, auch ohne Fällen. Wozu brauchst du die denn dann eigentlich? Also in Deutschland ja bisher noch nie, weil man ja hier davon überzeugt ist, dass wir kein Problem mit dem Müll hätten. Also ich glaube tatsächlich, dass es war für mich, das war ein bisschen symptomatisch, dass das beispielsweise ein Projekt ist, was in vielen anderen Ländern sofort verstanden wurde und hier nicht so direkt. Auch die Tatsache, dass man die Freiheit bekommt, mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Es gab ein Projekt hier in Berlin, das hat sich allerdings mit der deutschen Kolonialgeschichte auseinandergesetzt. Das war offiziell gefördert von einer Institution, die jetzt mitten in der Stadt ein Schloss betreibt und wurde dann in der letzten Sekunde kurzfristig abgesagt. Und das heißt, ich glaube, dass es den Fan bitter braucht. Und auch gerade, um aus diesen verschiedenen Kategorien herauszukommen oder irgendwie. Ich meine, es gibt jetzt natürlich verstärkt gibt es irgendwelche Förderprogramme, wo man sich dann genau den einen Partner oder denjenigen raussuchen kann. Aber einfach wirklich zu sagen, man kann über einen langen Zeitraum, der einem einfach auch die Freiheit bringt oder die Freiheit bietet, dass etwas schief geht. Das ist ja was, das gibt es im Theater teilweise noch, das gibt es in der bildenden Kunst wirklich nicht. Wenn man Fehler macht, ist man raus aus dem System. Und dass man aber da wirklich auch diese Möglichkeit hat, längerfristig an etwas zu arbeiten, was Fehler oder Experimente mit einschließt, das ist wirklich das, was grandios wäre. Vielen Dank. Ich wollte kurz an die Menschen im Chat die Nachrichten, also so wie das jetzt läuft, mit in den Chat schreiben und Theresa liest das vor, das ist die eine Variante, aber wenn Sie gerne sich selbst zu Bord melden möchten, dann können Sie das auch tun, dann schalten wir sie frei und dann hören wir sie hier in diesem Raum. Aber gut, jetzt liest man vor. Eine Frage noch von Falk Schmidt. Er schreibt eine etwas schnöde Frage. Wer hat denn das Projekt finanziert und ist es eine Serie über mehrere Jahre und Städte? Okay, ich glaube ja immer daran, dass es total sinnvoll ist, das alles transparent zu machen. Also Nummer eins, Mexico City war eine Kooperation, also da ist deutsches Geld reingeflossen, Goethe-Institut plus das MUAG, also das Museum der dortigen öffentlichen, also der UNAM-Universität. Beirut war die Charger Biennale, die in Charger stattfindet, aber gleichzeitig Satelliten hatte und in Griechenland war das die Onassis Foundation, die ja da gerade halt auch in Griechenland nach der Finanzkrise die Kulturwelt zwischen zwei privaten Stiftungen aufgeteilt wurde, Niakos und den Onassis und da waren wir Gäste der Onassis Stiftung. Gut, ich nehme jetzt mal das Stichwort Biennalen als Überleitung zu dem nächsten Impulsreferenten, der glaube ich auf mehreren seine, weiß man gar nicht, ob man sagen soll, Werke oder jedenfalls seine Interventionen zeigen konnte. Benjamin Förster-Baldenius ist Architekt, das ist ja eine Kunst, die auf der Rangordnung der philosophischen Ästhetiken immer ganz unten landet, obwohl sie unsere Wirklichkeit, zumal die städtische wahrscheinlich am unmittelbarsten prägt und gestaltet. Er hat, würde ich sagen, ja, wenn man seit über 30 Jahren in Berlin ist, dann ist man im Grunde Berliner und hat hier auch das Netzwerk Kollektiv Raumlabor gegründet, was dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff ist. Ich konnte mir, eigentlich bin ich so nicht so ein Fan von Preisen und so, aber mit dem Schelling Architekturpreis, das konnte ich mir bei der Ankündigung jetzt auch irgendwie nicht verkneifen. Das ist schon ein bedeutender Preis für Architektur, Architekturtheorie, den er auch erhalten hat. Übrigens zusammen mit Manuel Castells, einem ganz großen und wichtigen Stadtsoziologen. Genau, ich... Ja, ernsthaft, den habe ich... Na dann, bitte, Adrienne, sag nochmal, das kannst du jetzt selber sagen, Benjamin, dann nochmal den ganzen... Du hast das Wort, ohne Powerpoint, finde ich auch gut. Ja, danke, dass ich hier reden darf. Hallo Internet. Ja, soll ich damit anfangen? Ja, also wir haben vor drei Wochen einen Anruf bekommen, das war irgendwie ein Sonntagnachmittag, ich stand gerade im Garten und habe einen Graben gebuddelt und da rief mich mein Kollege Markus an und sagte, ey, da hat gerade die Venedig-Biennale bei mir angerufen, wir sollen morgen in Venedig sein. Super nachhaltig und weil man da natürlich nicht mit dem Zug fahren kann. Da gibt es so einen Preis, weil wir haben da mal wieder in dieser Venedig-Architektur-Biennale in dem Fall an der Ausstellung teilgenommen und wir sollen da hinkommen, die konnten uns aber nicht sagen, was das für ein Preis ist. Und dann haben wir uns abends getroffen, als alle dann ihre Sparten beiseite gelegt haben und haben so ein bisschen recherchiert und es gibt tatsächlich so verschiedene Preise, es gibt so einen Goldenen Löwen fürs Lebenswerk, wird es vielleicht nicht sein, es gibt den Goldenen Löwen für den besten Länderpavillon, das konnte gar nicht sein, weil wir haben keinen Länderpavillon gemacht und dann gibt es so lobende Erwähnungen und es gibt den Silbernen Löwen für die beste Nachwuchsarchitektur. Da haben wir dann ein bisschen geschlottert, ob das das vielleicht ist, weil wir da sehen wir uns eigentlich gar nicht und es gibt eben den Goldenen Löwen für den besten Beitrag in der thematischen Ausstellung, die dieses Jahr heißt How will we live together. Die Ausstellung ist von Hashim Sakis kuratiert und da sind unheimlich viele Rechercheprojekte aus der akademischen Architekturwelt präsent und wir haben dort ausgestellt einen Beitrag, der heißt Instances of Urban Practice und haben da zwei Projekte vorgestellt, die unserer Meinung nach Beispiele sind für eine Art Stadt zu verstehen, auch von Seiten der Architektur, natürlich vor allen Dingen aus der Architekturperspektive, wie man sie vielleicht heute, heutzutage eher angehen sollte, das Stadtmachen selbst. Das ist einerseits das Haus der Statistik hier in Berlin und die Floating University, die hier hinten um die Ecke am Tempelhofer Feld ist, über die ich gleich noch was sage. Und Tatsache haben wir dann diesen goldenen Löwen da bekommen für diesen Beitrag mit diesen beiden Projekten, was total super ist, weil wir das Gefühl haben, dass damit eben nicht nur wir sozusagen mit dem, was wir machen, womit wir uns als Architekturkollektiv ja auch seit 20 Jahren beschäftigen, nämlich die Frage, wie kann man eigentlich, also muss jetzt Architektur und Ästhetik, eigentlich wird das, besteht das nur aus den Parametern, die man so beigebracht kriegt an der Hochschule, nämlich das Bauen von Wänden, das Spiel von Licht und Schatten, die Fragen von Oberflächen und Materialien und so Raumdramaturgien und so weiter, oder muss sich Architektur nicht, wie wir alle, im normalen Leben, aber eben auch in unserer Arbeit immer wieder damit auseinandersetzen, was ist überhaupt notwendig, was muss überhaupt noch gemacht werden, was macht Sinn und da versuchen wir uns moderat ranzupirschen in diesen 20 Jahren immer wieder Projekte auch selber zu initiieren, aber auch an Projekten teilzunehmen und die auch mit zu unterstützen, die eben, ja man muss, also ganz pathetisch eigentlich, aus dieser, aus unseren Städten bessere Orte zu machen, die, und das geht in der Regel nicht mit Beton, weil davon haben wir schon genug, sondern es geht meistens darum, wie gehen wir mit dem Beton um und so ist es eben auch bei dem Haus der Statistik, da steht dieses riesige Gebäude am Alexanderplatz leer, soll nach dem Kollhoffplan, der ja inzwischen auch schon 20 Jahre alt ist, eigentlich abgerissen werden und da soll ein neues 50 oder 150 geschossiges Hochhaus gebaut werden und ist denn das eigentlich notwendig und ist das das, was die Stadt eigentlich braucht und da gab es dann eben die Initiative Haus der Statistik, die einfach mal gefordert hat, da stand dann auch dran, gefordert von der Stadt Berlin, dieses Gebäude, was das ehemalige Ministerium für Statistik der DDR war, umzuwandeln in einen Ort für künstlerisches Wirken, für das Zusammentreffen von unterschiedlichen marginalisierten Gesellschaftsgruppen und überhaupt ein Ort für die Stadt wird und nicht ein Gebäude, was von einem Privatinvestor mit unheimlich vielen Ressourcen dort hingestellt wird, damit es dann nachher wieder Privatinteressen zugeführt wird und das ist eigentlich total erstaunlich, dass dieses Projekt jetzt schon in die zweite Legislaturperiode überführt wird und inzwischen auch eine Bedeutung gewonnen hat innerhalb der Stadt, wo sowohl der Bezirk Mitte als auch die Stadt Berlin zusammenarbeiten mit der Berliner Immobilienverwaltung und einer Trägerinstitution und dieser Initiative Zusammenkunft, also Haus der Statistik, die inzwischen sich umformiert hat zu einer Genossenschaft, die Zusammenkunft, Zusammenkunft, Genossenschaft, heißt und dort wirklich gemeinschaftlich und kollaborativ in einem langwierigen Prozess, der natürlich auch viele Nerven kostet und viele Ungereimtheiten aus dem Weg geräumt werden muss und dann auch ganz viel verlernen muss darüber, wie wir und die Stadt und auch die Stadtverwaltung und auch die Stadtpolitik, aber auch wir als Künstler, Künstlerinnen und Architekten eigentlich bisher immer gedacht haben, dass Raumproduktion funktioniert. Das wird da im Moment neu erfunden und das ist super. Das andere Projekt, was wir da präsentiert haben, ist die Floating University, was ein bisschen seltsamer Ort ist in einem vergessenen Regenwasserrückhaltebecken, wo das Wasser vom Flughafen Tempelhof reinfließt, also von den ganzen betonierten Flächen, den versiegelten Flächen wird das Wasser gesammelt und damit nicht wie eigentlich ja mehrmals jedes Jahr die Berliner Kanalisation überläuft. Bei Starkregenfällen wird auf dieser Riesenfläche das Wasser sozusagen getrennt gesammelt und nicht der Kanalisation zugeführt, sondern läuft dann von da aus langsam in den Landwehrkanal. Das ist ein Becken, was da seit über 50 Jahren ist oder 60 Jahren, also eigentlich seit der Flughafen ausgebaut wurde Ende der 30er Jahre. Das sind dann 80 Jahre. 80 Jahre besteht dieses Becken schon und so lange ist es eigentlich da nur so, war das halt da so ein Becken. Und dann gibt es noch eine Schrebergartensiedlung da drumherum und die haben darauf aufgepasst, dass niemand weiß, dass dieses Becken gibt, weil das ist eingezäunt und die waren die Einzigen, die einen Schlüssel hatten und da wurde auch immer gesagt, ihr dürft nur, ihr dürft da rein, also diese 100 Schrebergartner durften da rein und alle anderen dürft ihr nicht mit reinnehmen. Und wir haben das lange Zeit gewusst, bestimmt zehn Jahre schon, dass es dieses Becken da gibt und fanden das eigentlich auch mal super, dass es so einen Ort gibt, von dem eigentlich niemand weiß, dass es das gibt, bis durch diese verschiedenen Dynamiken in der Stadt, wozu auch das von uns sehr unterstützte Referendum und das Tempelhofgesetz geführt hat, nämlich dass diese riesengroße Grünanlage der Stadt jetzt geschenkt wurde. Es ist natürlich so, dass die gesamten umliegenden Bezirke jetzt an einem Park sind und die Mieten durch die Decke gehen und die Trüffelschweine der Immobilienwirtschaft da schon überall durch die Gebüsche gelaufen sind und wir gedacht haben, oha, jetzt ist es bald vorbei mit diesem Kleinod, diesem Regenwasser-Rückhaltebänken, jetzt brauchen wir eine Idee, was wir da reinsetzen, womit wir sozusagen Fuß in die Tür kriegen und den Schlüssel in die Hand kriegen, um dort was zu machen. Das war eigentlich der Impuls. Dann haben wir gedacht, das Beste ist eigentlich, wenn wir daraus einen Lernort für die Stadt machen, einen Ort, wo man sich gemeinsam irgendwie darüber austauscht, wie wir eigentlich Stadt weiter haben wollen und da möglichst viel akademisches Wissen zusammenführen mit nachbarschaftlichem Wissen und künstlerischem Wissen. Das war so die erste Idee und das probieren wir jetzt mal aus. Wir haben dazu bei der Kulturstruktur des Bundes beim Fonds Bauhaus heute zum 100-jährigen Bauhausjubiläum Geld beantragt und das wurde uns auch tatsächlich bewilligt. Die schwierigere Sache war, den Schlüssel zu bekommen, also überhaupt erst mal rauszufinden, wer ist denn für so ein Regenwasser-Rückhaltebecken eigentlich zuständig und wie kann man und wen müssen wir jetzt überzeugen, dass wir dieses Becken, was ja nur vier Tage im Jahr eigentlich genutzt wird und die restliche Zeit ist es eigentlich so eine betonierte Fläche in der Stadt, wie kann man daraus, also wie kann man die Leute, die wahrscheinlich dafür zuständig sind, davon überzeugen, dass das jetzt irgendwie so ein Haufen Künstler mit so einem Architektur-Kollektiv von an jetzt so interessante Ideen dafür hat. Und da dachten wir erst, das sind die Berliner Wasserbetriebe, die fanden das auch total gut und hätten uns sofort den Schlüssel gegeben, aber haben dann gesagt, die haben den gar nicht. Die haben gesagt, das ist gar nicht ihrs, das ist nämlich laut Vertrag, ist die Tempelhof-Projekt-Germia zuständig für dieses Regenwasser-Rückhaltebecken, weil das ist Teil von der Kanalisation des Tempelhofer Flughafengebäudes. Nun war das die Zeit, als im Tempelhofer Flughafen gerade sehr viele Geflüchtete untergebracht waren und wenn man so ein bisschen die Leute kennt, die in diesen outgesourceten Verwaltungen arbeiten, dann kann man sich vorstellen, dass die unter den Bedingungen eigentlich gerade eh schon sehr nervös sind und wenn dann jemand kommt und sagt, wir hätten da gerne euer Regenwasserbecken, dass die eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und sagen, nö, das wird nichts. Das könnt ihr knicken und die einzige Möglichkeit, wie das ging, war, das war eigentlich erstaunlich, da dann eine Genehmigung dafür zu bekommen war, über die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Die haben dann da einmal angerufen und haben dann gesagt, nachdem wir schon mal die Abfuhrung gekriegt hatten, ihr müsst das machen und dann konnten wir da rein. Jetzt sind wir da und das kann sich auch jeder angucken und sind da auch eine Weile schon immer wieder dabei, haben dieses Jahr auch Fördergelder gekriegt aus diesem Draußenstadtfonds, um mit dem Verein, den wir inzwischen gegründet haben, mit über 50 Mitgliedern, dort künstlerische Arbeiten zu machen, Auseinandersetzungen darüber, wie man nachhaltiger mit Ressourcen in der Stadt neue Formen der urbanen Praxis entwickeln kann. Dafür haben wir diesen goldenen Löwen gekriegt und im nächsten Jahr im Sommer müssen wir dort alles abbauen und weil die Tempelhof-Projekt GmbH nämlich die Regenwasserabwassergebühren sparen möchte, das sind 60.000 Euro im Monat, also fast eine Million im Jahr und die haben so die Vorstellung, daraus jetzt eine Versickerungswiese zu machen, das ist eine Baumaßnahme, die ungefähr vier Jahre dauert und so lange sollen wir da erstmal raus. Wir finden das jetzt, also erstmal hört sich das natürlich richtig an, Regenwasser vor Ort versickern zu lassen, aber das ist ja verschmutztes Regenwasser, sehr hoch kontaminiert mit unterschiedlichen Sachen, das Wasser kommt auch vom Kolumbia-Damm und so weiter, das geht also alles nicht so einfach, das wissen die wahrscheinlich auch, deswegen dauert auch dieser Umbau so lange, aber wir würden eigentlich mit dem Wissen, was wir da inzwischen angesammelt haben, ganz gerne an diesem Gespräch teilnehmen, an dieser Entwicklung. Wir würden eigentlich ganz gerne uns mit dem Bezirk Kreuzberg und der Tempelhof-Projekt AG und der Stadt zusammensetzen und überlegen, ob es nicht vielleicht mehr Sinn macht, dass aus dem Topf des Kultursenats diese Millionen an die Tempelhof-Projekt AG gegeben wird oder dass sowieso das eigentlich Quatsch ist, dass sozusagen aus der einen Tasche, das Geld geht ja von einer städtischen Gesellschaft an eine städtische Gesellschaft, wenn ich an die Wasser betriebe, dass man das einfach lässt und dass man sich anders überlegt, wie man mit dieser mit betonierten Fläche, die ja inzwischen ein sehr reiches Biotop und Habitat ist, von allen möglichen Dingen, also von Tieren und Pflanzen, aber eben auch von menschlichen Umgangsformen und künstlerischen Experimentalformen überlegt, wie man da für die Stadt Berlin eigentlich das Beste draus machen kann. Da würden wir uns drüber freuen. Vielen Dank. Ja, wir sollten die Gelegenheit zu fragen und auch Kommentaren geben. Ich schaue zu Theresa, ob es im Chat, ja, möchte jemand direkt was sagen oder? Ja, gut, dann probieren wir das jetzt mal aus, wie das funktioniert. Sagen Sie bitte am Anfang Ihren Namen, wer Sie sind. Okay, ich versuche das hier mal. Ah, hier, einen Moment, ich bin noch nicht ganz vertraut hiermit. Es ist Rainer Bode, wenn ich das richtig sehe. Der könnte sich jetzt einfach selbst... Habe ich schon gemacht. Hallo Rainer. Hallo Marloy. Für den Interessierten, wir kennen uns schon etwas länger. Jetzt mal eine Frage an den Architekten in dem Sinne. Wie schätzen Sie ein, innerhalb der Architektenschaft Aufgeschlossenheit mit künstlerischen Projekten, mit anderen Institutionen zusammenzuarbeiten? Ich erlebe leider noch viele Architekten, die in Bausteine erden denken und bauen und bauen und das als Vordergrund stehen. Und wenn man diese Projekte weitermachen, braucht man ja auch Partner in dem ganzen Kontext. Wie sehen Sie da die Chancen oder die Möglichkeiten oder darf es immer wieder Projekte, immer wieder Ideen, auch über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen? So weit meine Frage. Na ja, wir haben uns ja selber, wir sind neun Architekten, uns ist allen, wir sagen, diese ein bisschen mehr klassische Architekturausbildung angediehen worden. Und wir mussten auch und sind da auch immer noch dabei, diesen Prozess des Kategoriendenkens und Indiszipliendenkens zu verlernen. Ich glaube, dass da eine ganze Generation von Architekten auch gerade heranwächst und neu in die Praxis geht, die das sehr wohl schon viel besser können und das auch schon anders beigebracht kriegen. Und deswegen sehe ich natürlich bei den über 60-Jährigen so ein bisschen das Problem, mit denen gerate ich auch regelmäßig aneinander, die irgendwie meinen, das Tempelhofgesetz muss eigentlich fallen, damit wir da endlich wieder bauen können, weil die Bauwirtschaft muss ja irgendwie rotieren und die Architekten brauchen ja auch irgendwie Aufträge und so. Und das ist überhaupt nicht das, wie wir denken. Mein Gefühl ist, dass wir haben sehr, sehr viele Anfragen, sowohl unter der jungen Architektenschaft, die mit uns zusammen was machen wollen, wir haben aber auch genauso viele Anfragen von sehr konservativen Architekturblättern, die gerne über diese Sachen, die wir da machen, berichten wollen, dass dort so langsam ein Umdenken stattfindet. Aber man muss wissen, dass Architektur und Architekten immer mindestens 20 Jahre hinterher sind. Gibt es hier im Raum noch eine weitere Frage, dann würde ich die aufrufen. Ansonsten würde ich auch selber eine stellen, weil mich tatsächlich eine Sache interessiert, das ist sehr interessant und auch sehr eigentlich das Wünschenswerteste, dass aus solchen Prozessen dann im Grunde Gründungen, also jetzt nicht im kommerziellen, unternehmerischen Sinne, aber institutionelle Innovationen passieren, die dann eigentlich auch verlangen, das hast du ja am Schluss sehr deutlich gemacht, dass wiederum politisch reagiert wird und da eigentlich auch ein Follow-up passiert. Könnte man sich denn vorstellen, und wenn ja, in welcher Form, dass so eine Förderstruktur wie der Fonds Ästhetik und Nachhaltigkeit im Grunde so einen bestimmten Projekttyp fördert, wo das im Grunde schon mit angelegt ist und worin bestünde die Förderung dessen, also sollte man dann die Nachbereitung, die Stellungnahmen, die Petitionen, was ist das eigentlich, wie könnte dann so etwas wie der Fan dort helfen? Also in dem Bereich und die Leute, mit denen wir arbeiten, denen mangelt es in der Regel nicht an Diskursfähigkeit und Reflexionsfähigkeit und an Innovationskraft, sondern in der Regel an Geld. Also wir Künstler, also ich habe es inzwischen, glaube ich, zu einer Meisterschaft in der Kunst des Anträge-Schreibens geschafft, die ja schon am Anfang mal erwähnt worden ist, wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit, wo kommt irgendwie für die nächste Idee eigentlich mal diese Kohle her. Und das ist das eine und das andere ist natürlich Raum, also Geld und Raum, das wussten schon in Mitte Dolly Leupold und Jutta Weitz. Darum geht es, Künstler brauchen das und ohne die hätte es diese reiche Kunstszene in Mitte nicht gegeben. Insofern, glaube ich, man muss einfach vertrauen, dass das, was da an künstlerischer Arbeit in diesem Gebiet stattfindet, sehr viele neue Impulse geben kann. Wir brauchen, wie Franziska schon sagte, wir brauchen für einige Sachen Zeit, also man kann das nicht mit dieser Kurzatmigkeit machen. Man muss viel mehr, sagen langfristige Projekte damit unterstützen und das muss man natürlich nicht von Anfang an. Auch wir wussten ja, wir haben erst mal ein Jahr lang an der Floating University mit diesen ersten Fördergeldern gewirtschaftet, um dann herauszufinden, dass wir da eigentlich an was dran sind, dass das total gut ist, an diesem Ort zu arbeiten. Das wussten wir ja vorher nicht. Wir wussten auch nicht, ob wir ständig nasse Füße kriegen, weil es ständig überflutet wird. Wir wussten auch nicht, ob das bei der Nachbarschaft ankommt, ob wir mit den Schrebergärtnern zurechtkommen werden, ob die Universitäten das überhaupt interessiert, da rauszugehen und an so einem Ort da gemeinsam zu arbeiten und haben da nach und nach herausgefunden, das ist genauso ein ähnlicher Ort wie diese Abendessen, die wir eben gesehen haben. Das ist ein Ort, wo so disruptive Encounters stattfinden, wo so Leute zusammenkommen, die sich vorher noch nicht kannten und in dem Moment, wo wir das festgestellt haben, haben wir gesagt, jetzt machen wir hier weiter. Und dann ist aber die Frage, wie geht denn das jetzt eigentlich, eine Anschlussförderung gibt es nicht. Man kann ein Projekt nicht zweimal beantragen, man muss immer wieder ein neues Projekt beantragen und das ist eigentlich total Quatsch. Ich glaube, es müsste eigentlich genau andersrum sein, wenn man mit einem ersten Projekt herausgefunden hat, dass man an einem guten Thema dran ist, was irgendwie wie so einen Schneeball-Effekt haben kann, dann bräuchte es eigentlich den nächsten Vorderschritt, wo man nochmal das Doppelt- oder Dreifache an Geld kriegt, um das richtig auszubauen. Also das finde ich einen spannenden Punkt auch zum Weiterdenken, was das dann eigentlich heißt, also auch für einen iterativen Fördermodus mit irgendwie, also das finde ich sowas, worüber wir vielleicht auch in den Workshops mit dem Wuppertal weiter sprechen sollten, da würden wir dich ganz bestimmt gerne dazu einladen. Ansonsten würde ich jetzt gerne den nächsten Impuls schon aufrufen, wir sind jetzt circa hier noch, jetzt geht hier richtig die Post ab über uns. Wir sind jetzt hier noch eine halbe Stunde circa zusammen, dann gibt es für die, die hier vor Ort sind, auch Verköstigungen da draußen, die da auf ihren Sofas zu Hause, die müssen, weiß ich nicht, den Whisky alleine trinken oder so, aber wir haben noch zwei Impulse, vielleicht könnte einer von, ist es draußen? Was ist denn heute los? Ja, hier ist eine Demo, ne? Ja, ich nehme an, dass hier ist der Grund, warum so viele waren. Okay, gut, da draußen artikuliert sich auch die Zivilgesellschaft, das soll uns hier nicht irritieren, sondern freuen. Ich freue mich jetzt, die nächste impulsgebende, das ist Berlin, anzusagen, das ist Christa Liedtke. Christa Liedtke ist promovierte Biologin und Professorin und am Wuppertal-Institut, das habe ich vorher schon gesagt, leitet sie die Abteilung Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren. Schaffen wir das trotzdem, Christa? Ja, das schaffen wir. Du musst wahrscheinlich, also für die im Chat, die das jetzt vielleicht nicht mitkommen, wir sind hier quasi in so einer Art Revival der Love Parade. Das müsste man sogar im Chat mitbekommen. Mit dem Mikro kommt man da ganz gut drüber und man muss dann eben in so einen bestimmten Rhythmus reingehen im Sprechen. Aber nochmal zu Christa, ich finde ganz interessant, dass sie tatsächlich nicht nur am Wuppertal diese Abteilung leitet, wenn ich um die Aufmerksamkeit bitten dürfte, ich finde es dann auch der Höflichkeit halber, das werden wir jetzt irgendwie einfach ignorieren, die sich mit Produktdesign, integrierten Roadmatch für Unternehmen, ihr macht ja wirklich alles ganz, ganz stark, auch wie sagen wir der Wirtschaft, Reallabore. Das Wuppertal-Institut, wenn ich das nochmal sagen kann, ist ja sowas wie ein Elternteil der ganzen transformativen Forschung, weil das wirklich diese angewandte Perspektive auf Nachhaltigkeitsforschung ganz wesentlich mit von diesem Institut gekommen ist in den 90er Jahren. Du bist da schon auch, wenn ich das richtig sehe, schon sehr, sehr lange Zeit und du bist aber auch nebenberufliche Professorin an der Volkwagen-Universität der Künste in Essen, wo du Nachhaltigkeitsforschung im Design lehrst und gehörst natürlich auch zu den Unterstützerinnen des Fans, was uns sehr freut und du hast hiermit das Wort. Herzlichen Dank, ich hoffe, Sie können mich alle verstehen und ich werde ja jetzt gerahmt sozusagen von der Zivilgesellschaft, das hat ja auch was für sich, wenn die Wissenschaft gerahmt wird von der Zivilgesellschaft. Ja, mein Name, wie gesagt, ist Christa Liedtke, ich bin eigentlich Naturwissenschaftlerin und spreche jetzt aus der Nachhaltigkeitsforschung zu Ihnen, leite eben den Bereich nachhaltiges Produzieren und Konsumieren. Das ist auch ein Bereich, wo man viele Anträge stellen muss und wo sozusagen der Geldsäge in der Forschung wächst. Das ist ja auch sehr schön, also in den kleinen Fächern hat man ja häufig Schwierigkeiten, dass auch da Zugewinne sind und wir das Glück haben, dass wir am BMBF ja auch schon solche Förderprogramme haben wie die sozial-ökologische Forschung. Das muss man mal ganz klar sagen, weil sonst natürlich auch so ein Bereich möglicherweise sich nicht so entwickeln könnte, wie er jetzt auch da steht. Das heißt, wir schreiben auch ganz viele Anträge, da treffen wir uns dann wieder sozusagen und dieses Geschäft ist natürlich auch ein durchaus anstrengendes und hartes, weil man da natürlich auch sein Brot mitverdienen muss und gleichzeitig aber auch die Ideen, die einem im Kopf schwirren, was zu tun wäre jetzt, wie zum Beispiel Reallabore, das ja ein relativ neues Setting noch ist in der Wissenschaft oder Citizen Science, da haben wir jetzt schon die nächsten Entwürfe auch, wie das sozusagen methodisch auch besser gefasst und gerahmt werden kann. Das heißt, auch Wissenschaft entwickelt sich ja, Wissenschaft entwickelt sich auch in Gesellschaft herein und diese Interaktion, wie die tatsächlich stattfinden kann, ist natürlich in der Erprobung. Das ist total spannend auch für uns und wir müssen dann methodisch auch sehen, dass wir da alles gut validieren und hinbekommen und es wird immer sichtbarer. Ich meine, wenn wir jetzt 2030 haben, 2035 mit den nächsten Zielen, dann haben wir acht Jahre, dann haben wir vielleicht 15 Jahre, bis 2050 haben wir vielleicht noch ein bisschen länger. Das sind diese langfristigen Bereiche, die ja schneller kommen, als man dann wieder denkt, um tatsächlich Transformationen voranzutreiben und dort haben wir eben so Zielsetzungen, die sich immer so darauf konzentrieren, auch gerade im Klima- und Ressourcenbereich, was ist in den nächsten fünf Jahren, was ist in den nächsten zehn Jahren, was ist eben bis 2050 tatsächlich auch zu gestalten. Ich bringe hier mit eine Arbeit von zwei jungen Studierenden von der Kunsthochschule aus Halle. Die Betreuung ist die Mareike Gast, kann man dort auch sich anschauen und das passt eben ganz gut auch eben zu den Bildern jetzt. Verblassen eigentlich das Thema, etwas, was vergänglich ist und diese Plakate sind so geschaffen, dass sie mit thermochromatischen Farben gemacht worden sind, die eben mit der Zeit verblassen. Es ist vergänglich und ich kann sie immer wieder neu bespielen und ich kann eben auch dieses nutzen, um im öffentlichen Raum zu gestalten, Fragen zu stellen, Veränderungen herbeizuführen, vielleicht auch einfach Reibung zu erzeugen. Das wollte ich einfach nur zeigen, was Designer eben auch sozusagen gerade an Kunsthochschulen erarbeiten. Das sind Dinge, die wir sehr gut einflechten können in unsere Reallabor-Forschung und Living-Lab-Forschung. Das Wuppertal-Institut ist, sagen wir mal, seit 2018 in der Hinsicht bekannt, dass Uwe Schneidewind jetzt OB, damals unser Präsident des Wuppertal-Institutes, jetzt OB, Oberbürgermeister in Wuppertal, dieses Buch verfasst hat auf Basis der Forschungsergebnisse, die wir über Jahre lang zusammengetragen, über viele Jahre zusammengetragen haben und das tatsächlich für die transformative Forschung und Entwicklung, die große Transformation, wie der BWGU sagen würde, verfügbar zu machen oder zumindest unser Standing darin, auch für uns mal, welche Haltung wir haben in dieser Forschung und mit was wir nach außen gehen, tatsächlich zusammen zu binden und vielleicht auch nach außen zu bringen. Er hat das Zukunftskunst genannt, eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels und das erzeugt natürlich schon Reibung an sich, denn wie kann so ein Wissenschaftler sich einfach hinstellen, ohne künstlerische Arbeit und von Zukunftskunst sprechen. Wir haben eben mit der Adrienne noch mal darüber diskutiert. Das ist natürlich möglicherweise auch ein Reibungspunkt. Was uns aber da umgetrieben hat, ist eigentlich, wie schaffen wir eine Veränderung, Zeitung innerhalb der Gesellschaft, transformative Haltung, um ohne Angst eigentlich in die Veränderung zu gehen, weil wenn, wie Sie alle selber wissen, leben wir eigentlich in einer ständigen Veränderung, haben so kurzfristig gar nicht unbedingt die große Furcht davor, als die Handys eingeführt wurden, das hat sich ja auch über mehrere Jahrzehnte hingezogen, da hatte man erst so einen Knochen in der Hand, der wurde immer kleiner, konnte nicht viel, inzwischen kann er ganz viel, es hat ganz viel mit uns gemacht, aber es war gefühlt nicht disruptiv, aber es ist eigentlich eine disruptive Technologie, weil die unsere gesamte Gesellschaft verändert. Und das ist auch damit gemeint, was ist eigentlich inkrementell, was ist disruptiv, was ist systemisch und wie können wir tatsächlich gesellschaftlichen Wandel und Systemänderungen begleiten und wann macht es Spaß, das selber zu tun, was wir ja gerade jetzt auch gehört haben, eben die ganzen Beispiele, das ist nichts anderes als Transformation, anzustoßen, in die Diskussion zu bringen, Räume zu schaffen, wo man sich auseinandersetzt, das miteinander aushält, das hat man im Bundestag hoffentlich ganz stark, weil da gehört es auch unbedingt hin, diese Diskussion und dass es zu einem konstruktiven Streit kommt, um den Weg, den man beschreiten will. Da haben wir die Bereiche Technologie, Ökonomie natürlich, kulturell und institutionell, sozusagen in der Mittelpunkt, wie fügen wir das eigentlich zusammen zu einer Zukunftskunst für den gesellschaftlichen Wandel von heute im Morgen. Und was bedeutet das eigentlich auch, von welcher Perspektive aus? Ich habe jetzt mal ganz frech ein paar Pfeile hinzugefügt, die sind so nicht in dem Buch, da sind eigentlich die weißen Pfeile hauptsächlich und der untere rote ist ein weißer Pfeil noch, den habe ich dann auch ein bisschen überlagert, weil aus meiner Sicht ist natürlich diese Great Mind Shift im kulturellen Bereich. Die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine Nachhaltigkeit entwickeln können und zwar aus der sozialen Nachhaltigkeit kommend, eine, die sozusagen den ökonomischen Frame mitbestimmt und mitentwickelt, der entwickelt sich ja auch, der ist ja gestaltet, der entwickelt sich ja nicht aus sich heraus und ist ein eigenständiges System, sondern er ist gestaltet von den Menschen, die diesen entwickeln und diesen Framen und das gilt genauso für die institutionelle Entwicklung, das hatten wir eben auch. Was bedeutet das denn dann institutionell, wenn man eine Genossenschaft meint, wegen dann vielleicht zusammenbindet, die bestimmte Ideen vorantreiben will, dann braucht man einen Ankerpunkt, um dieses zu tun, möglicherweise eine Förderung und möglicherweise auch ein Geschäftsmodell. Und was bedeutet das technologisch? Also welche Technologien wollen wir nutzen, um diese Transformation anzutreiben und wie wollen wir diese gestalten? Das ist mit Zukunftskunst gemeint und die roten Pfeile sollen eigentlich sagen, dass das der Ankerpunkt ist. Und wenn wir das nicht hinkriegen, werden auch unsere Gesellschaften instabil. Das hier ist, denke ich, wohl bekannt eigentlich, wo müssen eigentlich die Wenden stattfinden? Das sagt auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie von 2021, hat meine sechs Transformationsbereiche und fünf Hebel dazu definiert. Und das sind sozusagen die Bereiche, wo wir jetzt als Wissenschaftler sagen, aus der Nachhaltigkeitsforschung kommend, da müssen wir richtig ranklotzen, um überhaupt tatsächlich ein Morgen zu ermöglichen. Aber was sollen wir Wissenschaftler machen? Wir bauen so Windkrafträder, meinetwegen, und Wildkraftanlagen. Und die Frage ist, was macht man damit in einer Landschaft, was macht man damit innerhalb sozusagen einer Energiewende und müssen die tatsächlich so aussehen oder könnten sie auch ganz anders geformt sein, wenn sie sozusagen in Kunst und Kultur in der Gesellschaft grundlegend entwickelt worden wären. sozusagen Windkraft zu nutzen für das Morgen. Wir hatten eben schon den Bezug, das sind die Vereinten Nationen und die Agenda 2030, die Sustainable Development Goals, die darauf einzahlen. Ich habe die ein bisschen sortiert nach den entsprechenden Feldern. Und man sieht natürlich auch, dass hier soziale Gleichheit und Gerechtigkeit ein ganz wichtiger Punkt ist. Gesundheit ein Bereich und natürlich im Bereich Produktion und Konsum, Klima und Ökosysteme, dass diese Bereiche ineinander greifen müssen. Sonst bekommen wir auch die Klimawende und den Schutz der Ökosysteme gar nicht erst hin. Wir brauchen dafür eine kompetente Gesellschaft. Und gleichzeitig sind wir noch nie vorher so kompetent gewesen wie heute. Die Frage ist, warum wir diese Kompetenzen nicht abrufen und tatsächlich integriert nutzen, und zwar aus allen Bereichen heraus, um eine Nachhaltigkeit tatsächlich für die Gesellschaften dieser Welt zu erreichen. Ein Beispiel, als ich ans Wopata-Institut gekommen bin, ich habe in der Biologie, in der Zellbiologie, in der Zytologie promoviert, kam ich aus dem Labor und am Wopata-Institut wurde diskutiert über Sandhaufen, Mäusefallen, Atomkraftwerke, Autos, Wasserstoff, keine Ahnung was alles und wie wir sozusagen bemessen können und bewerten können, welchen Einfluss das auf die Ökosysteme hat und deren Funktion. Ich habe gedacht, zuerst, sie sind alle hier bekloppt, ich kam ja sozusagen von den Nanogramms und bin in die Megatonnen gegangen und was damals war, war wirklich eine harte Diskussion und Streit in der Wissenschaft, ob das, dieser Blick auf die Ressourcen, die wir hatten, wirklich legitim ist. Also man muss sich auch als Wissenschaftler durchkämpfen, es ist nicht so, als wenn das sofort gesetzt wäre. Und der Sand, der hat mich mein Leben lang sozusagen als Wissenschaftler, auch Wissenschaftlerin, wieder begleitet. und heute wissen wir im Grunde genommen 30 Jahre danach, schon vielleicht vor fünf Jahren und vielleicht auch schon länger her, dass Sand tatsächlich eine rare Ressource ist für uns inzwischen und wie wir sie verwenden, eben nicht nachhaltig ist. Das heißt, egal welche Ressource ich nehme aus der Natur, hat sie einen Wert für sich und ich kann nicht im Jetzt schon bestimmen, ob sie eben morgen denn irgendein Problem bereiten würde. Also die Vorsorgeorientierung ist eine sehr wichtige und immer wieder diese zu reflektieren. Dass jetzt eine, jetzt muss ich mal eben zurück, wo geht es zurück, eine Designerin aus, von der EcoSign in Köln als Diplomarbeit gemacht, war sehr, sehr schwierig technisch, die Sandkörner tatsächlich in ein solches Objekt auch entsprechend miteinander verknüpfen zu können. Das sind so Grafiken, die mache ich als Wissenschaftlerin ganz gerne. ist vielleicht nicht ganz so gewünscht im Bereich des Designs, die stöhnen dann auch immer, wenn ich damit komme, im künstlerischen Bereich vielleicht auch nicht, aber ich habe mir erlaubt, einfach mal hier zu machen. Wir sind auf der linken Seite in dem blauen Feld eben heute. Man sieht auch aus der Arbeit von der Kunsthochschule Halle, von Valena Amhorn und Edda Raboldt in dem Videoclip, eben solche Bilder. Wir haben eben darüber gesprochen, Beton, Beton, Beton und auf der anderen Seite eben im Morgen diese Auseinandersetzung genau mit diesen Dingen, um sie anders zu gestalten, um sie zu rekonstruieren, um sie vielleicht zu demontieren und wieder genau neu zu gestalten, aber mit dem Material, was man einmal schon benutzt hat, was schon einmal in der Technosphäre ist. Wir haben im öffentlichen Raum im Jetzt, wir haben eine beharrende, beschleunigte Welt im rasenden Stillstand und wir haben so etwas wie eine Kompetenz für Fahrtabhängigkeiten und inkrementelle Veränderungen. Und da, wo wir gerne hin möchten, auch als Wissenschaftler in der Gestaltung und auch gerade als in den Designwissenschaften, ist es doch tatsächlich, einen öffentlichen Raum bereitzustellen, den wir alle miteinander gestalten können, dass wir eine gestaltete Welt in Veränderung haben, weil sie ist immer in Veränderung, sie muss auch in Veränderung sein, weil wir uns auch entwickeln, aber das eben mit einer Haltung und diese Haltung auch explizit zu machen, damit sie erkennbar ist und transparent, das haben wir ja bei Ihren Beispielen sehr deutlich auch gesehen. Das heißt, wir brauchen Kompetenzen für Gestaltung, Resilienz und systemische Veränderung. Ich habe jetzt mal nicht Innovation geschrieben, dann können wir uns über den Innovationsbegriff aus den Wissenschaften lange unterhalten. Deswegen habe ich einfach mal Veränderungen geschrieben und dazu brauchen wir so etwas wie, wenn wir jetzt zwischen Wissenschaft und Kunst sprechen, dass wir Interaktionsräume haben in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft und dass wir aber auch Konstruktionen entwickeln, wie wir miteinander zusammenarbeiten können und gemeinsam gestalten können. Uns fehlen die Formate dafür, nicht nur der Wissenschaft in Richtung Politik, wissenschaftsbasierte Politikberatung, da sind wir mit der Wissenschaftsplattform sehr stark in der Diskussion. Wir brauchen sie auch sozusagen zu den ganzen Einzelsystemen, zum Beispiel auch zum Bildungssystem, ist auch nicht so einfach, denke ich zwischen Kunst und Bildung auch nicht unbedingt, zwischen Wissenschaft und Bildung und eben zwischen Wissenschaft und Kunst. Und das war das, was wir gerade ja eben schon gesprochen haben, wir müssen diese Architekturen gestaltet sein. Halte ich für extrem wichtig, sich darüber zu unterhalten und wir brauchen Experimente dafür, weil das müssen wir alles erproben und erstmal auch entwickeln. Manches Mal ist es schon entwickelt und funktioniert einfach, dann gucken wir uns das mal an als Beispiel. Das wäre für uns sehr interessant. Wir möchten Wirkung erzeugen als Nachhaltigkeitswissenschaftler, würdest du, glaube ich, zustimmen, Manuel, dass wir einen Impact erreichen möchten. Und was wir dann im Wuppertal-Institut einfach mal als ein Format, das ist wirklich ein ganz kleines Format gewesen, aber was uns schon beigebracht hat, wie unterschiedlich die Systeme tatsächlich ticken, dass wir unsere Chefs mal ausgetauscht haben. Und ich weiß noch sozusagen, dass Berthold Schneider sehr erstaunt, wann bei uns kommt, ist ja so, ich meine, wer im Wissenschaftsbereich arbeitet, weiß, die Leute gehen ganz gerne in ihre Büros, gehen schnell zu ihren Computern und hacken da irgendwas rein. Ja, so. Aber das ist natürlich ein Intendant überhaupt nicht gewöhnt. Das ist ja gar keine Zusammenkunft. Da finden Sitzungen statt, da sitzen auch alle auf Stühlen und manchmal ist man auch an einer Tafel und malt. Klar, das gibt es auch. Wir haben auch Co-Creation-Sessions natürlich. Die Methoden kennen wir auch alle. Aber es ist ein völlig anderes System. Und wie will man dieses System sozusagen mit der Oper dann zusammenbringen? Wie sollen die tatsächlich miteinander interagieren und auch entwickeln? Und das hat uns eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und aus diesen Bereichen sind, wie ihr das eben beschrieben habt, ganz viele neue Sachen entstanden. Und wir arbeiten jetzt sozusagen im Bereich Transformationsmanagerin natürlich zusammen für die Betriebsökologie. Aber das finde ich noch nicht mal ganz so spannend, weil das für uns die Pflicht ist und nicht die Kür, sondern die Kür ist tatsächlich, gemeinsam zu gestalten und solche Dinge gemeinsam, diese Räume zu eröffnen und zu bespielen eigentlich. Deswegen diese Innovationsimpulse haben wir mitgenommen. Und was ich mich natürlich frage, wie sind die Bezugspunkte? Und da haben wir uns auch mit Gesa Ziemer beschäftigt. Sie hat hier einen Werkstatt für Veränderungen begleitet, einer Künstlerin, die dieses als raumbildende Maßnahme nahm, das weiße Pferd. Finde ich einfach ein schönes Sinnbild. Auf einem Platz, wo sonst nichts passiert, wo die Leute nicht interagieren, einfach eine Installation, wo plötzlich dann drumherum eine Interaktion stattfinden kann und eine Auseinandersetzung. Aber worauf ich hier gerne verweisen möchte, ist, dass Weber und Ziemer, und das lese ich jetzt einfach mal vor, weil ich es gar nicht so schön formulieren kann, wie sie selber, werfen die Frage auf, ob sich in diesem Diskurs die Kunst auf Nachhaltigkeit beziehen sollte und damit den Kodierungen der Nachhaltigkeit mit seiner normativen Ausrichtung als ethisch-moralisches Prinzip folgen soll oder ob Nachhaltigkeit sich auf Kunst bezieht und darüber die vielschichtigen Sphären künstlerisch-ästhetischen Wirkens in den Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Und ich glaube, dazwischen müssen wir uns irgendwie orientieren und überlegen, wie wir uns zurechtfinden. Und wir Wissenschaftler haben oft Schwierigkeiten damit, die Fäden aus der Hand zu geben und einfach geschehen zu lassen. Das fand ich jetzt gerade bei dem Beispiel mit den Tischen sehr beeindruckend, denn da weiß man nicht sozusagen, kann man diese Dinge beherrschen oder kann man sie nicht beherrschen und was passiert dann eigentlich. Und das sind natürlich Dinge, die wir bei den Forschungsfragen zwar haben, da eine große Offenheit, wir wissen nicht, was rauskommt, aber es ist natürlich für uns ein System, was wir versuchen methodisch zu fassen vorab. Komme ich langsam zum Schluss. Manuel nickt schon. Vier Einschätzungen und eine Betrachtung in der Zusammenfassung. Erstens, Nachhaltigkeit muss sich in Objekten und Strukturen materialisieren. Also ohne Materialisierung geht es nicht. Die Frage ist, wie ein Kollege von mir auch in der Vorgfangen sagt, der Dustin Jessen, gibt es so etwas wie eine Materialisierung der Dematerialisierung. Ansonsten existiert sie nicht. Zweitens, Nachhaltigkeit muss sich kommunizieren lernen, ansonsten berührt sie nicht. Nachhaltigkeit ist einer Gerechtigkeit verpflichtet, sonst bleibt sie wirkungs- und leblos. Das ist eine der wichtigsten Investitionen in die Zukunft und Demokratie. Viertens, Nachhaltigkeit ist ein kaum fassbarer Deutungsraum. Das ist gleichzeitig charmant und nervt ganz schön. Es schafft eine Vielfalt an Deutungsexperimentier- und Konflikträume, die einfach auszuhalten ist, will man Zukunft tatsächlich gestalten. Ein Beispiel hier von Christoph Toftop von der Vorgfangen-Universität zeigt, dass wie er das für sich interpretiert hat als Haltung. Er hat die Aktion Produktrecht ins Leben gerufen und hat quasi ein Grundgesetz dafür geschaffen, in Anführungszeichen, jedes Produkt hat ein Recht auf Nutzung. Das hört sich erst mal Pille-Palle vielleicht an, aber wenn Sie das durchdenken, kriegen Sie ganz schön schnell Stress, weil dann gehen Sie nach Hause und schauen sich an, wie viele Produkte Sie alle nicht in der Nutzung haben. Und wenn Sie dann dafür sorgen müssten, dass die in die Nutzung kämen, dann haben Sie ganz schön viel Zeit zu investieren. Und wenn man vor dieser Haltung heraus sozusagen Produkte und Dienstleistungen gestaltet, gestaltet man ganz anders, als wir das heute gestalten. Das ist mit Haltung dann einfach gemeint und so können wir das im Design halt umsetzen. Die letzte, das ist dann die Betrachtung. Wir sprechen ja von anwendungsorientierter Ästhetik oder anwendungsorientierter Forschung. Ästhetik ist bereits Kern und gestalterisches Element von Nachhaltigkeit, weiß es vielleicht noch nicht. Wissenschaft weiß es an vielen Stellen schon, nicht durchgängig, hat es aber als Kern nicht strukturell verankert. Beide reden um Erkenntnisgewinn und Deutungshoheiten, haben aber andere Methoden und Prozesse, vielleicht ein fruchtbarer Boden für eine gemeinsame Transformation und Zukunftskunst. Hier eine Arbeit auch wieder von der IcoSign, von Inazistik, die man sich auch erst mal zu Gemüte führen muss. Zum Schluss ein kurzes Zitat von Bernd Draser, ein befreundeter Philosoph von mir, der überall Chancen sieht, also sehr positiv, nicht immer von Verzicht redet, sondern eher von Chancen der Gestaltung. Überall passiert etwas, Greenwashing ist Hoffnung. Das bedeutet, dann beschäftigt man sich ja schon mit dem Thema, ne geht es vielleicht und versucht es schön zu machen, aber man hat es schon thematisiert. Das ist immerhin etwas. und Tradition ist Ressource. Vielen Dank. Danke Christa. Ich sage was zum Zeitmanagement. Wir haben heute eine Viertelstunde später als geplant angefangen und werden also auch so circa eine Viertelstunde später aufhören. Also 1945, 1950 würde dann der Hammer fallen und die Tür zum Buffet sich öffnen. Ich gucke wieder in die Runde, ob es Kommentare oder Fragen zu dem gibt, was Christa Liedtke waren ja sehr dichte Brühwürfel, würde ich fast sagen, die wir jetzt in den nächsten Monaten vielleicht in so einer gemeinsamen Brühe zusammen aufkochen sollten, weil es wirklich so waren auch diese Thesen unglaublich stark. Gibt es aus dem Chat was? Gucke ich. Herr Lindh, bitte. Ich muss ja als Wuppertaler was sagen, also aus Lokalpatriotismus, aber ich sage jetzt nichts zu dem Wuppertaler Reallabor-Situation, da gibt es ja genug Anlässe, das zu tun, aber es ist ja immer gut, auch Wuppertal nach Berlin zu tragen. Ich finde nur als Dimension, es ist ja eine sehr dichte Beschreibung im Sinne von Clifford Gerz, wie Sie das geschillert haben, also unterschiedliche Aspekte. Ich glaube aber, interessant wäre es ja, und das passt glaube ich dann auch zum Aspekt-Design oder am Anfang, wie das dann auch bei den Werbetafeln gezeigt wurde, dass ja ein Zugangspunkt zu diesem Nachhaltigkeitsaspekt und zu dieser Verknüpfung, also wie bringt man dann Kunst und Nachhaltigkeit zusammen, dass es jetzt nicht irgendwie nur eine modische Geste ist oder man sagt, jetzt muss man irgendwie was zu Nachhaltigkeit machen oder es ist aufgesetzt oder es ist irgendwie so ein schmückendes Beiwerk, sondern dass man sozusagen so einen ernsten Zugang findet, dass es ja um Nachhaltigkeit sozialer Beziehungen geht, also so würde ich das mal beschreiben. Das ist ja nicht im Kern dann eine Frage, wir schützen nur die Schöpfung und irgendwie 1,5 Grad, warum machen wir das? Das hat ja was damit zu tun, dass Menschen zusammenleben und auch die Art und Weise, dass sie überhaupt noch leben können, dass sie zusammenleben können und viele Punkte, ob Mobilität oder andere, lassen sich aus meiner Sicht sicher sehr vereinfachen, aber auf eine nachhaltige Form des Miteinanderlebens, Wirtschaftens, Existierens, Kommunizierens zurückführen und haben dadurch einen Zugang, weil es neue Formen sind, miteinander umzugehen und das hat ja ethische Dimensionen, das kann man glaube ich ziemlich gut durchspielen und das fände ich tatsächlich auch wichtig und ist auch durchaus abgründig in Bezug auf Kunst und Kultur, weil sie dazu Zugänge schafft, weil ja immer wieder in Frage gestellt wird, neu ausgelotet wird, dass sich zueinander setzen von Menschen und da kann ich jetzt wieder Wuppertal bringen, Pina Bausch, wer das Tanztheater von Pina Bausch kennt, dass es genau darum geht im Kern, wie finden sich Menschen neu und tarieren sich zueinander aus, aber es heißt dann auch in Bezug auf den Kunst- und Kulturzusammenhang und dann aber auch die Förderung, wie weit ist das tatsächlich so, also wie demokratisch sind kulturelle Strukturen, wie gehen wir miteinander um in Wissenschaft und Kultur, wie sehr leben, existieren wir auf der Basis von Ausbeutung, ob das politisch induziert ist oder teilweise dann auch eigene Strukturen, patriarchale Muster, ist ja ein Thema, das nicht abwegig ist, sondern das aktiv läuft und auch schon an vielen Städten, auch in Berlin und anderswo ausprobiert wird, aber ich glaube, das wäre auch ein Zugangspunkt, um unterschiedliche Leute zusammenzubringen, dass diese zwischenmenschliche soziale Dimension ein Scharnier wäre, das zeigt, dass das kein künstliches Miteinander ist, sondern eins, das aus den beiden Bereichen von sich heraus wächst. Bitte auf das Mikro warten, dann haben auch die Leute im Chat was davon. Also ich fand das alles super und das ist auch sehr dicht, aber ich glaube, was Sie da gerade geschildert haben, das ist, genau das ist Ästhetik. Oder? Also als philosophische Bewegung, das ist ja ein Teilabschnitt der Philosophie, Ästhetik, darum geht es doch. Ja, also ich finde ja auch sozusagen die Ästhetik des sozialen Miteinanders, ist es ja, was als Ausgangspunkt gewählt werden kann für eine Materialisierung, das machen wir ja noch nicht so, sondern wir materialisieren im Moment alles, was geht. Welches Paradigma wollen Sie denn jetzt einführen? Genau, aber wenn ich, sagen wir mal, im Design unterrichte, dann ist es so, dass die erste Frage nicht ist, wie schütze ich die Ökosysteme, die sind sozusagen für mich, die planetaren Grenzen sind gegeben, die Thermodynamik als Naturwissenschaftlerin sind für mich gegeben, da muss ich lange drüber diskutieren, sondern die Frage ist, was ist uns wichtig in der Gesellschaft zu entwickeln und dann kann ich überlegen, wie ich innerhalb dieser planetaren Grenzen genau diese Dinge entwickeln kann und da geht einfach durch dieses Miteinander und dieser Verschränkung und diese Gegenseite, also gerade auch zwischen der Integration von Kunst, Kultur und sozusagen Wissenschaft im Deutungsrahmen der Ästhetik einfach dermaßen viel, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, an veränderter Gestaltung, die ich dann auch materialisieren kann in Produkt- und in Dienstleistungen und das runterzubrechen und sozusagen miteinander zu entwickeln, das macht unendlich viel Spaß und entwickelt ja im Grunde genommen so etwas wie ein ästhetisches Momentum, sowohl als gesellschaftlichen Wandel als auch sozusagen in der Formsprache der Dinge, der Haltung, die ich sozusagen dann nach außen, wie soll ich sagen, materialisieren kann ja und das ist das, was ich da total spannend dran finde. Ich kann Ihnen jetzt tausend Vorträge halten, wie schnell ich 80 bis 90 Prozent an Ressourcen einsparen kann, dann gehe ich direkt in die Kreislaufölle, mal ein bisschen Bioökonomie, das ist hochkomplex und absolut schwierig, aber wenn ich das nicht so mache, dass die Menschen davon berührt sind und sie im Mittelpunkt dessen stehen, dass wir die Frage stellen, wie wollen wir eine Demokratie weiterentwickeln mit Freiheitsrechten und das kann nur mit kompetenten Menschen und Personen und Individuen und kollektiven Intelligenz passieren, sonst funktioniert das Ganze nicht und das ist deswegen so wichtig, weil dann Kunst und Kultur uns die Möglichkeit gibt, diese Auseinandersetzungen zu führen überhaupt. Das kann ich als Wissenschaftlerin nicht gestalten, ich kann ganz viele sagen und Fragen stellen und das finde ich, das was mich unheimlich inspiriert, das genau zu machen, das hatten Sie auch gerade so beschrieben, dass mir das auch hilft, Forschungsfragen zu finden, also mich auch selber in der Forschung weiterzuentwickeln, wenn ich die Projekte jetzt hier sehe. Das habe ich ja so gar nicht, ich habe ja gar nicht so viele Begegnungen sonst damit und das ist glaube ich etwas, was FAN auch mit begründen kann in dieser Struktur, dass er genau so einen Raum bildet, wo wir in dieser Auseinandersetzung miteinander gehen können und überhaupt auch erstmal uns verständigen können, wie arbeiten wir zusammen und ich würde das ja direkt an Beispielen dann auch machen, in welche Reallabore gehen wir dann eigentlich gemeinsam rein. Vielen Dank, ich muss auf den letzten Beitrag jetzt drängen, weil wir wie gesagt in der Zeit sehr fortgeschrieben sind, aber wir haben ja dann auch noch sowohl danach als auch dann informell genug Zeit uns weiter auszutauschen. Der letzte Referent heute ist Tobias Rausch, freier Autor und Theaterregisseur, ja sehr viel an verschiedensten Orten in Deutschland vor allem tätig gewesen, mit seinem eigenen Kollektiv lange Zeit, Lunatics, auch viel im freien Bereich, aber auch im Bereich der sogenannten Stadt- und Staatstheater. Er leitet seit zwei Jahren die Bürgerbühne in Dresden, was ja, Bürgerbühnen sind ja auch ein sehr spezielles Format, was Themen der Stadt, Mitmenschen der Stadt gestaltet und ja, ich könnte jetzt noch eine ganze Menge Lehraufträge, die du wahrnimmst und du bist natürlich ein Recherche-Theaterregisseur, das ist auch nochmal, also das passt jetzt hier zu so einem roten Faden, auch die künstlerische Recherche heute hier und ich gebe dir einfach das Wort, du bist dran, es gibt glaube ich auch sogar ein Video jetzt mit. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute Abend bei euch, mit euch zu sprechen, schon mit den vielen Impulsen und Inspirationen, die meine VorrednerInnen hier reingetragen haben. Ich habe mir die Frage gestellt, warum Adrienne und Manuel nun mich gefragt haben, ob ich hier sprechen kann und auf den ersten Blick könnte mal sagen, dass ich eine Hand von Projekten gemacht habe, die eigentlich genau das, was der Fan fördern würde, schon auf eine Art und Weise realisiert haben und man genau diese Frage eben stellen könnte ja, du hast doch diese Projekte gemacht, warum braucht es denn jetzt noch den Fan? Genau diese Frage, Manuel, hast du ja am Anfang der Veranstaltung gestellt und ich glaube aber, dass man an meinen Projekten sehen kann, wie groß die Herausforderungen sind, solche Projekte wirklich umsetzen zu können und wie sehr es auch am Rahmen fehlt. Deswegen bin ich in der letzten Zeit ein bisschen dazu übergegangen, nicht mehr meine Vorträge über meine Projekte als Best-Practice-Beispiele zu labeln, sondern eher als Worst-Practice-Beispiele, weil man nämlich sehen kann, woran man auch scheitern kann und wo eigentlich die Probleme und Herausforderungen liegen und worauf dann letztendlich möglicherweise auch der Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit eine Antwort sein könnte. Ich habe jetzt am Anfang einen Videoauszug mitgebracht von einer Inszenierung, die schon etwas älter ist. Ach so, ich muss jetzt selber hier weiterschalten. Ich muss jetzt hier, jetzt muss ich mal gucken, ob das Video, noch mal drücken, ja, und dann, ich drücke, ja, okay. Das Wasser hat ein älteres Gedächtnis als wir. Als ob es sich erinnern könnte, sucht es immer wieder sein altes Bett. Wir dagegen vergessen. Das ist unser Talent. als ob es eine Absaugpumpe gäbe in unserem Gedächtnis, mit der die Feuchtigkeit aus dem Gemäuer gezogen wird, bevor Schimmel unter den Tapeten entsteht. Wir bauen mehr Zonendeiche wie einen metaphysischen Gartenzaun, der das Land in unseres verwandelt, gefurcht, gepflügt und mit strichgeraden Drainagen versehen, Triumph von Winkel und Geometrie. Der Mensch als expansives Wesen mit struktureller Demenz wir leben in gefährdetem Gebiet. Nur an der dreckigen, verwaschenen Linie können wir erkennen, wie hoch das Wasser einmal stammt. also, erzählen wir die Geschichte als eine Form des Vergessens? In diesem kurzen Zwischenraum ist das Wasser hierher zurückkehrt. Ja, also ein kurzer Auszug aus dem Stück Oderbruch am Deutschen Theater. Die fehlende Synchronität zwischen Lippen und Stimme ist nicht inszeniert. Das ist jetzt also ein Videoeffekt gewesen. Und ja, es war eine Inszenierung, die sich mit der Oderflut 1997 beschäftigt hat. auf der Basis von vielen Interviews mit Menschen, die in dieser Flut irgendwie eine Rolle gespielt haben. Viele Geschichten, die sozusagen auch unerzählte Geschichten bis zu dem Zeitpunkt waren. Und wir haben im Laufe der Produktion unglaublich viele Geschichten von Menschen gefunden und dann auch auf die Bühne gebracht. Und das war sehr dankbares Schauspielmaterial. Dramatische, traurige, aber auch sehr lustige Geschichten. Und irgendwann im Laufe der Inszenierung eigentlich zu einem Zeitpunkt, als es schon zu spät war, haben wir festgestellt, wir erzählen die ganze Zeit Geschichten von Menschen, von Menschen, aber der Fluss, der taucht eigentlich gar nicht auf. Also wir haben den irgendwie vergessen in dieser Inszenierungsarbeit. Und eigentlich mit dem Oderbruch und der Umleitung dieses Flusses, dem Trockenlegen dieses Areals, der historischen Bedeutung durch Friedrich den Großen, militärhistorische Bedeutung, auch den ganzen ökologischen Effekten, die daran hängen, wäre das eigentlich ein Thema gewesen, um das Ineinander von Geologie, von Geschichte, von Gesellschaft und so weiter zu thematisieren. Und wir haben es komischerweise verpasst. Und vielleicht ist das ein individuelles Versagen eines Theaterprojektes, aber die Frage, die wir uns gestellt haben, ist das möglicherweise doch auch ein Zeichen dafür, dass es im Theater eine gewisse Sensibilität gefehlt hat. Und ich würde von diesem Stichwort des Vergessens gerne auf Amitav Ghosh kommen, ein indischer Romessier, der 2016 The Great Derangement veröffentlicht hat, ein Buch, in dem er beschreibt, wie eigentlich die westliche Literatur oder die westlich geprägte Literatur, muss man sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Aufklärung die Natur als Hintergrund verstanden hat für menschliches Handeln und sie nicht mehr ein eigenständiger Akteur innerhalb von Geschichten war. Im Zentrum von Literatur, im Zentrum der Geschichten, die wir erzählen und die wir auch hören wollen, stehen Menschen und ihre Konflikte und entsprechend können auch nur sie die Akteure sein. Die Natur wird dagegen zu einer Art Kulisse, vor deren Hintergrund das stattfindet und sie wird maximal noch zur Ressource. Ein Aspekt, der vor dem Hintergrund des Amitav Ghosh aus Indien kommt, auch eine koloniale Perspektive hat, also sozusagen die Ausbeutung der Natur ist auch immer eine koloniale Geste und insofern ist die Natur nur noch das, was man als Ressource dafür benutzt, um menschliches Handeln im wahrsten Sinne des Wortes zu befeuern. Ghosh beschreibt in, achso, ich muss natürlich hier, ich muss immer an beiden weiterschalten, also Einblick auf das Werk und Ghosh beschreibt in seinem Buch eine Szene, in der ihm ein Tornado in seiner Heimatstadt begegnet und er beschreibt diese Szene als eine Situation, in der ihm plötzlich so ein Naturphänomen Auge in Auge gegenüber steht und wir sind vielleicht an einem Punkt angekommen, an dem die Natur oder Naturphänomene ist ja immer schwierig von der Natur in dieser Substantivierung zu sprechen, also Naturphänomene einzelne Prozesse, in der sie sich nicht mehr damit zufriedengeben, diese Rolle als Hintergrundakteure zu spielen, sondern in dem sie sich in den Vordergrund drängen, in Form zum Beispiel von Naturkatastrophen oder in Form der Erschöpfung der Ressourcen und sich auf diese Art und Weise in ihrer Akteurshaftigkeit in unseren Blick drängen. Ich habe dazu ein schönes Zitat von Bruno Latour, Kampf um Gaia, herausgesucht, heute sind wir alle Dekor, Entschuldigung, heute sind alle Dekor, Kulissen, Hinterbühne, das gesamte Gebäude auf die Bühnenbretter gestiegen und machen den Schauspielern die Hauptrollen streitig. Und ich glaube an dem Punkt in der Entwicklung von dem, welche Geschichten wir erzählen können, sind wir im Moment. Also gewissermaßen hat diese Oder sich in den Vordergrund gedrängt und hat gesagt, erzähl mal meine Geschichte und wir haben es verpasst. Also wir haben sie doch immer nur noch als Kulisse, als Teil der Hinterbühne verstanden, während im Vordergrund viele spannende Menschengeschichten erzählt wurden. Und wir haben dann zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen von Lunatics, also vor allem in Aljoscha Begrich, haben wir ein Projekt gemacht von 2010 bis 2014 am Staatstheater Hannover, die Welt ohne uns, ein botanisches Langzeittheater, in dem wir genau diese Frage gestellt haben, wie können wir in diesem Fall Pflanzen, also Aspekte von Natur in den Vordergrund stellen und selbst zu Akteuren auf der Bühne machen, geht das überhaupt? Wir haben für dieses Projekt mit vielen Partnern zusammengearbeitet, wir haben zum Beispiel mit den Geobotanikern, mit den Pflanzenphysiologen, mit den Gartenbauarchitekten, mit Philosophen und sehr vielen anderen Disziplinen zusammengearbeitet und haben einen Garten entwickeln lassen, den wir über einen Zeitraum von vier Jahren verwildern haben lassen, wir haben da allerdings künstlich noch nachgeholfen in diesem Verwilderungsprozess, die Zuschauer saßen in einem Container und haben durch eine Glasscheibe nach draußen geguckt und in neuen Folgen konnte man sich gewissermaßen diese Geschichten dieser Natur, diese Geschichte und Geschichten dieser Natur anschauen. Inszeniert haben das wechselnde Regie-Teams und haben sehr individuell versucht, Zugänge zu finden zu der Frage, wie können wir Naturphänomene selbst auf die Bühne holen. Die Ursprungsfrage war tatsächlich, können Pflanzen Protagonisten auf der Bühne sein, die einen Eigenwert haben, die also nicht nur dienenden Charakter haben, Requisitencharakter benutzt werden können, dem Schmuck dienen, sondern Protagonisten, die individuelle Schicksale haben, die Individualität haben, die geschichtliche Wesen sind, die sowas wie Zufall und Glück und Unglück erleben können und wie kann man diese Geschichten überhaupt erzählen. Wir haben gleich in einer der ersten Versuche festgestellt, dass es doch möglich ist, unglaublich stark eine affektive Beziehung zwischen Mensch und Pflanzen herzustellen. Wir haben nämlich in einem Arzt-Try-Out haben wir einen ganzen Abend mit einer Basilikum-Pflanze gespielt, haben da Experimente mitgemacht, haben zwischendrin mit einer Philosophin Angela Kallhoff über die Frage diskutiert der Pflanzenethik und ganz zum Schluss des Abends haben wir diese Basilikum-Pflanze in eine Mikrowelle gestellt, haben das gefilmt und projiziert, dazu haben wir Brahms Requiem angestellt und haben auf den Knopf gedrückt und innerhalb von wenigen Sekunden ist die natürlich verwelkt und dunkelgrün und ich habe in den 20 Jahren seitdem ich Regisseur bin noch nie so empörte Reaktionen bekommen wie bei dieser Aufführung oder im Anschluss an dieser Aufführung sind wirklich viele Menschen zu uns gekommen haben gesagt war ja ganz schön aber das was sie am Schluss mit der Pflanze gemacht haben das war nicht in Ordnung und in dem Augenblick waren wir schockiert aber im Nachhinein waren wir begeistert weil wir nicht damit gerechnet hatten dass es tatsächlich möglich ist so solche Effekte hervorzurufen wir sind dann aber im Laufe dieser Produktion natürlich über diese ganzen Schwierigkeiten gestolpert die es bedeutet mit Pflanzen Theater zu machen denn Pflanzen haben natürlich komplett andere Zeitrhythmen Zeitrhythmen die nicht kompatibel sind mit den Theaterzeitrhythmen oder unseren Beobachtungszeitrhythmen viele Prozesse sind mikroskopisch also sozusagen die Größendimensionen sind nicht kompatibel viele Prozesse finden unter der Erde statt also das was wir sehen ist ja nur die Spitze des Eisbergs gewissermaßen der Pflanze die Pflanze funktioniert oft über andere Sinnesqualitäten die wir nicht wahrnehmen können und Kommunikation hat eine komplett andere Bedeutung als es menschliche Kommunikation hat und damit hängen natürlich Gefahren zusammen die offensichtlichste Gefahr ist natürlich die des Anthropomorphismus also dass wir versuchen die Pflanzen zu animieren zu Puppen zu machen zu Abbildern unser Selbst und in dem Augenblick natürlich ihr Eigenwesen verpassen und sie zu sehr einfachen Formen unserer Selbst machen weil man natürlich dann in dem Augenblick sagen muss naja also so viel wie wir Menschen kann sie ja nicht aber wir haben sie eben an unserem eigenen Maßstab gemessen und die andere große Gefahr ist so eine wir haben das Yogisch Varisierung genannt also dass man anfängt im Prinzip so die Sendung mit der Maus zu machen und nicht mehr das dramatische Potenzial das narrative Potenzial auszuschöpfen sondern eine Form von Wissensvermittlung mit Mitteln der Kunst zu machen und es eben nicht mehr erzählen wird sondern eine Art von zeigen und demonstrieren in einem gewissen Sinne haben wir gesagt dieses Projekt ist gescheitert wir haben in diesen neuen Folgen tatsächlich nicht die Form gefunden wie man mit Pflanzentheater machen kann aber ich würde sagen das war eigentlich auch genau das Produktive an diesem Projekt dass wir genau zu diesen Fragen gekommen sind wie kann es denn gehen und wo könnten denn genau die Schwierigkeiten liegen man könnte natürlich sagen jetzt machen wir keine Performance sondern wir machen klassisches Theater aber die Frage ist wo sind denn die Theater Texte die uns in die Lage versetzen mit über Klimakrise zum Beispiel zu sprechen vor zwei Jahren haben wir so eine Bestandsaufnahme gemacht und festgestellt auf den deutschen Stadttheaterspielplänen kommt das so gut wie gar nicht vor und wenn man sich dann mit DramaturgInnen unterhält kommt eigentlich kommen immer so die gleichen Beispiele man könnte ja mal von Ibsen der Volksfeind inszenieren also das heißt es ist tatsächlich so es gibt eigentlich gar nicht die Literatur dafür um sich damit adäquat auseinander zu setzen und das verweist möglicherweise darauf dass so die Grundbegriffe mit denen wir lange Zeit hier im Theater gearbeitet haben die Begriffe von Situation von Vorgang von Haltung von Konflikt von Zuspitzung von Figur dass die möglicherweise für diese Art von Theater das notwendig wäre um davon erzählen zu können nicht mehr in dieser Form funktionieren wir haben eine Tagung manuell war einer der Mitausrichter zusammen mit dem IASS und Nachtkritik zusammen in der Heinrich-Böll-Stiftung gemacht Klima trifft Theater in denen wir mit anderen TheatermacherInnen und WissenschaftlerInnen und AkteurInnen aus der Aktivismusszene Klimaschutz diskutieren wollten wie kann denn Theater funktionieren das sich mit diesen Themen auseinandersetzt und wir waren überwältigt von der Menge der Anmeldung und von den vielen Inputs die dort auf der Tagung stattfanden wir hatten eigentlich so damit gerechnet wir machen so 20 30 Leute und eine kleine schöne Runde um sich auszutauschen das wurde eine riesige Konferenz und die Anmeldeliste wurde irgendwann geschlossen und dann gab es viele die dann den Stream sich angeschaut haben und das geht jetzt gar nicht darum ob das eine erfolgreiche Veranstaltung war oder nicht sondern es geht darum dass es gezeigt hat dass das Bedürfnis sich mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen riesig ist und dass es unglaublich viele suchen momentan gibt und viele Experimente und nach Lösungen gesucht wird wie man eben tatsächlich dieses Problem wie gehe ich mit der Natur auf der Bühne um knacken kann das heißt möglicherweise ist das eben nicht nur ein individuelles Problem sondern doch eins was ästhetisch tiefer in die Strukturen reingeht wir wir haben dann zusammen mit dem IASS eine Produktion gemacht die vor zwei Jahren Premiere hatte Tornado bei der wir gesagt haben wir wollen tatsächlich versuchen ein Tornado auf die Bühne zu bringen und da kann man ihn ganz schön sehen und kann es ist es möglich dass dieser Tornado uns irgendetwas sagt was wir als Theatermacher nicht sagen können das interessante der Produktion war dass wir die Wissenschaft nicht nur als Input Geber verstanden haben sondern dass sie in Form von manuell integraler Bestandteil der Inszenierung war also es fand während unseres Probenprozesses eine Begleitforschung statt durch das IASS und wir haben anschließend während der Aufführungen Untersuchungen gemacht Erhebungen gemacht wie das Publikum darauf reagiert und das was da herausgekommen ist hat natürlich wieder Einfluss darauf wie wir dieses Projekt denken und wie man es eigentlich weiter entwickeln müsste und aber auch das war nur möglich weil wir letztendlich nicht nur eine Förderung für die Kunst hatten sondern weil das IASS gesagt hat wir machen uns das zu einem eigenen Projekt und stecken da auch eigenes Geld mit rein sonst wäre das für uns überhaupt nicht finanzierbar gewesen und ich möchte ein Zitat aus diesem Stück das aus einem Interview mit einer Wissenschaftlerin mit 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 Meeresgeologin stammt hier erwähnen sie sagte nämlich in dem Interview wir haben eine Krise der Imagination diese Meeresgeologin verfolgt gewissermaßen den Klimawandel seit 20 Jahren live im Nordpolarmeer mit eigenen Augen und was nach ihren Worten das Problem ist ist dass unser jetziges Handeln natürlich Effekte hat die in tausenden Kilometern Entfernung Wirkung haben können die möglicherweise Jahrhunderte entfernt sind vom Hier und Jetzt und wir im Prinzip mit unserem Situationsbegriff zu sagen das versuchen wir in einer Situation auf der Bühne darzustellen nicht mehr begreifen können wir können es uns aber auch gar nicht vorstellen welche Effekte das hat also wir haben kein wirkliches Bild davon wir haben es mit komplexen Korrelationen mit nicht linearen Prozessen zu tun wir haben es mit statistischen Phänomenen zu tun es sind hoch abstrakte Vorgänge die nur über wissenschaftliche Vermittlungen verstehbar sind und das hat zum Effekt dass wir nicht in der Lage sind uns ein Bild davon zu machen was das eigentlich bedeutet und Imagination wäre ja jetzt etwa eine Aufgabe des Theaters also es geht im Prinzip um die Frage können wir uns eigentlich die Krise in der wir derzeit stecken haben wir überhaupt ein Bild davon können wir sie uns überhaupt eigentlich vorstellen und ich glaube nein haben wir eine Vorstellung davon wie eigentlich die Zeit aussehen wird nach unserem Zeitalter also eines Post Carbon Zeitalters welche Gesellschaft wollen wir denn überhaupt und haben wir eine Vorstellung dafür wie wir ein anderes Verhältnis zur Natur kriegen könnten und was dazu glaube ich notwendig ist und das deutet jetzt schon Richtung Schluss hin dass wir eine Imagination eine Vorstellung davon brauchen wie überhaupt eine Kultur der Nachhaltigkeit aussehen kann und wie ein anderes Theater und ein anderer Kulturbetrieb funktionieren kann ich arbeite am Staatsschauspiel Dresden und dort haben wir derzeit einen sehr intensiven Nachhaltigkeitsprozess angefangen es gibt eine Nachhaltigkeits-AG es gibt eine Steuerungskraube Nachhaltigkeit wir haben eine Beraterin ans Haus geholt wir haben den CO2 Bilanzierungsprozess der Kulturstiftung mitgemacht und aber tatsächlich ist es eben so dass das im Haus viele Ängste erzeugt und als wir jetzt den ersten Workshop ausgewertet haben kam die Rückfrage ja aber was heißt denn das heißt dass dass wir in Zukunft weniger oder gar kein Theater mehr machen können oder sollen und ich bin davon überzeugt dass wir wenn wir nicht aus dem Kulturbetrieb selbst heraus uns damit nachhaltiges Theater aussehen kann und zwar auch künstlerisch gestaltet aussehen kann dass irgendwann dann die Restriktionen folgen werden und wir dann eben nicht mehr selbst gewählt nachhaltig agieren können und es deswegen glaube ich die Aufgabe der Kunst ist dafür Modelle zu entwickeln also ich glaube wir brauchen nicht nur eine technische und ökonomische sondern genauso dringend eine kulturelle und mentale Transformation und ich glaube dass das die Künste am besten können ich mache jetzt mal ein bisschen weiter und es ist hier glaube ich schon bitte ja ich mache den letzten Satz genau ich glaube das was es eben dafür braucht und das sieht man an dem Projekt nicht selbst gemacht habe weil genau das war unser Problem es braucht Förderinstrumente die hybride Formate fördern für die Welt ohne uns haben wir Anträge gestellt und keins genehmigt bekommen weil es eben nicht in die Förderkategorien reinfiel es immer ist es nun Wissenschaft ist es Umwelt ist es Kunst und das ist irgendwie keins von allen es braucht eine prozessorientierte Förderung was ja auch schon erwähnt wurde wo auch das Scheitern möglich ist und wo die Entwicklung gefördert wird und nicht einfach nur dass zum Schluss ein Produkt rauskommt und ich glaube so ein Förderinstrument muss eben Kompetenzen aus Wissenschaft Kunst und gesellschaftlicher Transformation also Zivilgesellschaft enthalten und es muss ressortübergreifend sein es kann nicht sein dass das dann nur die Gelder der Kunst sind aus denen dann sozusagen die Wissenschaft auch mitbezahlt wird sondern ich glaube es müssen sozusagen auch auf der Ebene der Finanzierung unterschiedliche Töpfe zusammenkommen die das dann speisen so so vielen Dank Aspekte das künstlerische Forschens deutlich wurde der natürlich tatsächlich in die also in eine ganz systematische Weise in die Ästhetik im engeren Sinne selber reingeht und der das ist wenn du das nicht möchtest dann schließe ich hiermit und ich verabschied ja ja also für die Menschen im Chat die das nicht gehört haben sage ich noch mal der Appell von Adrienne Göhler war zu seinem oder ihren Bezugs Abgeordneten zu gehen im Wahlkreis und sie zu sagen warum gibt es eigentlich den Fan noch nicht was tust du dafür dass es ihn bald gibt so ich wünsche einen ganz schönen Abend hier an dieser Stelle ich bedanke mich bin sehr froh dass wir die Veranstaltung aufgezeichnet haben weil die Impulse so reich und komplex werden ich sehe hier die Menschen von der Klasse Klima von der UdK die das auch bestätigen also dass so viel drin gesteckt hat dass man beim Nachschauen dieser Vorträge und auch Diskussionsbeiträge sicherlich noch mal viel ernten wird vielen 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 Dank und jetzt gibt es draußen Ich habe noch eine Sache ich habe beim Dank vergessen den Menschen zu danken die das möglich gemacht haben das ist nicht schön von mir aber es war jetzt ein bisschen mit dem Zeitdruck geschuld das natürlich zuerst das Refugio sind aber auch meine Kolleginnen und Kollegen vom ISS das also Theresa Erbach die hier den Chat betreut hat es David Aljoscha Heinz der das die Nummer mit der Angel gemacht hat und es sind die beiden Techniker deren Namen ich mir extra aufgeschrieben habe und ihn jetzt aber auch noch rechtzeitig gefunden habe nämlich Martin Wulff und Tom Dieke die hier das ganze Ding gemanagt haben Vielen vielen